Wir beschwören den Dämon mal hier draußen. Okay. Der Dämon ist da. Schon mal gut. Lord Pappnase. Go North. Take Lamp. Oh Gott. Die alten. Die alten Kings Quest Spiele. Ach du meine Fresse. Sowas hätte ich ja nie gespielt. Das wird dir mir mächtig auf den Sack gehen. Das richtige Verb zu finden. Nur um eine Aktion auszuführen. Wobei ich weiß nicht. Das Herr der Ringe Text Adventure hätte ich damals glaube ich gespielt. Da kannst du nämlich dich als Sam in Mordor entscheiden. Frodo einfach zurück zu lassen und den Ring zu nehmen. Scheiß auf sie Herr Frodo. Ich mach den Scheiß jetzt allein. Tschüss. Ich mag alternative Wege in Videospielen. Ja warum haben sie eigentlich nicht die Adler genommen? For God's sakes. Hallo. Na. Oh wir haben den Hype Train. Oh ja. Mit dem Hard Lock. Ja Rastu. Nichts vergessen. In Stunde 5 feststellen. Dass du in Stunde 1 ein Item vergessen hast. Ja. Das waren immer die schönen Sachen. Pier G. Filimnack für 11 Monate Treue. Sind Setik. Filimnack für 21 Monate Treue. SimoOfficial. Filimnack für 17 Monate Treue. Und. Clemsi. Filimnack für 8 Monate Treue. Dankeschön. Warum ist hier schon wieder ein Hype Train? Das passiert öfters wenn ich länger nicht gestreamt habe. Aber ich habe mir mal einen Urlaub gegönnt. Und das fand ich sehr sinnvoll. Ich hatte nämlich jetzt. Ich hatte irgendwie keinen Bock auf Stream. Dann habe ich mir gesagt. Jetzt machst du mal ein paar Tage Urlaub. Wird man hier eigentlich auch gebannt. Wenn man den Hyperchat benutzt. Äh. Ne. Ja Rastu. Tatsächlich nicht. Weil ich noch auf einer alten OBS Version bin. Wird mir das sowieso nicht angezeigt. Ha. 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 Jokes on you. Hi Hüls. Grüß dich. Hi German Club Mafia. Hallöchen. Hi Viking. Hi Banana Man. Hallöchen. Hi Blauko. Na. Seid ihr. Holy shit Pierci. Warum. Und warum sind die Alerts so laut bei mir. Hilfe. Pierci. Vielen 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 lieben Dank. Für die. Wir brauchen mehr. Zehnsabgifts. Dankeschön. Vielen vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja. Wo war ich denn? Wo war ich denn? Genau. Seid ihr. Seid ihr. Ich mache mal die Alerts kurz aus. Das kann ich mich nicht konzentrieren. Seid ihr eigentlich genauso überrascht wie ich. Dass ich es geschafft habe auf dem YouTube Kanal. Dass das alles so funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin überrascht. Und ich will mich ja nicht selber loben. Aber ich finde. Ich habe mich die letzten Monate krass verbessert. Was die Thumbnail Designs angeht. Oder würdet ihr schon zustimmen? Oder? Dass ich da krass besser geworden bin. Also so richtig krass. Nicht nur so ein bisschen. Sondern so richtig krass krass. Äh. Turo, vielen lieben Dank für zwölf Monate treu. Dankeschön. Wie machst du die Thumbs? Äh. Die mache ich mit Paint. Microsoft Paint. Ich habe da extra noch eine alte Windows XP Version. Und. Paint. Paint. Nein, vertraut mir. Das ist die Wahrheit. Ich würde doch nie lügen. Was habe ich heute für eine komische Playlist drin? Viel besser. Leute, jetzt übertreibt mal nicht hier. Klieger, vielen lieben Dank für 26 Monate treu. Und Infernali, vielen lieben Dank für 22 Monate. Dankeschön. Nee, die Thumbnails mache ich tatsächlich mit verschiedenen. AIs. Ich habe mich da die letzten Wochen so ein bisschen eingearbeitet. Und. Das funktioniert. Das funktioniert manchmal ganz gut. Chaos hat vielen lieben Dank für 22 Monate treu. Dankeschön. Ja, voll am Eskalieren gerade. Casey, vielen lieben Dank für 33 Jahre. Dankeschön. Es ist noch ein bisschen schwierig rauszufinden, welche AI mit welchen Grafiken besser klarkommt. Weil zum Beispiel eine AI, die ein schönes Bild aus Gothic 3 zaubert, kann halt komplett unnütz sein bei Gothic 2. Weil einfach der Artstyle und der Grafikstil komplett was anderes ist. Und das ist halt... Krass, was die AI mit Paint hinkriegt. Ja, ich weiß. Dederlos, vielen lieben Dank für 13 Monate treu. Und das ist halt ein bisschen ätzend rauszufinden. Ähm, was gut mit was funktioniert. Und an... Also, ich sitze zur Zeit an einem Thumbnail. Länger. Als an der Let's Play-Folge selber. Ich weiß nicht, ob das Verhältnis so gut ist. Ja. Aber es lohnt sich. Omi, vielen lieben Dank für ein Jahr treu. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Also, da müssen wir... Da müssen wir noch besser werden. Da müssen wir noch ein bisschen optimieren. Ja, da brauche ich ein paar Coaches. Das Thumbnail für Gothic 3 ist ein bisschen anders. Anders? Nö, eigentlich nicht. Dass nur die Beleuchtung ein bisschen anders geht. KI wird die Arbeit so viel beschleunigen. Ja, das ist gelogen. Gelogen. Ja. Ich wollte auch Thumbnails schon mal für Soul Reaver. Den ersten Teil machen. Und ich habe gemerkt, mit der Soul Reaver Engine kommt zum Beispiel Stable Diffusion so überhaupt nicht klar. Wo ist denn jetzt hinten? Er kennt da gar nichts. Egal, was rauskommt. Das ist immer Quatsch. Wer soll das denn sein? Das ist einfach nur ein Random Rebell. Das ist, glaube ich... Ich habe, glaube ich, Javier genommen. Also, den muss man jetzt nicht kennen. Das ist einfach nur die Rebellen Paladin. Paladin-Rüstung. Das ist nichts Besonderes. Wenn wir wieder einen Charakter sehen, den wir kennen, was weiß ich, Roba... ...ein Ork oder sowas, dann erkennt man es wieder. Ne, aber ich finde es schon... Das ist nicht die Ork-Rüstung. Nein, das ist die Paladin-Rüstung. Die sieht in Vanilla Gothic 3 sehr ähnlich zur Ork-Rüstung aus. Ja, das ist aber schon schwach, dass du dir jetzt nicht erkannt hast, Gate, ne? Also, über das VIP-Zeichen müssen wir nochmal... Also, da kann es sein, dass wir... Da müssen wir nochmal investikagieren. Ja. Ja, eigentlich war heute übrigens Böse Nachbarn geplant, dass wir das fertig machen. Ich habe aber gar keinen Bock. So. So nämlich. Und da ich jetzt vor Freitag vor dem Event-Stream kein anderes Spiel anfangen wollte, dachte ich, wir machen noch einen schnellen Challenge-Run. So. Ich weiß noch gar nicht, welchen, ehrlich gesagt. Wir könnten ja eine Umfrage machen. Das Problem ist aber... Das kommt eh unentschieden bei euch raus. Gothic 3, let's play, fortsetzen! Schrei, schrei, schrei doch nicht so, mit so vielen Ausrufezeichen. Gibt's noch, äh, unerledigte Challenge? Naja, Gorderman, los, wir haben alle auf dich gewartet, dass du jetzt eine vorschlägst. Der ganze Chat wartet gerade auf dich. Ich will jetzt keinen Druck ausüben, ne? Aber, wer wagt? Also, es liegt jetzt an dir, ob der Stream losgeht oder nicht. Blind auf der Tanzmatte. Oh, falsche Tastatur. Ich habe aber auch echt Probleme, die auseinanderzuhalten, so. Das ist echt, das ist echt nicht einfach. Das ist halt... Ne, also, die Tastaturen, das ist halt auch schwer für mich. Da kann man mir keinen Vorwurf machen. Erstmal flexen. Ne, ja, Rastu. Flexen würde ich, wenn ich... Flexen würde ich, wenn ich euch die dritte zeigen würde. Aber das machen wir hier nicht. Weil, Angeber mag niemand. Ja? So, was machen wir hier nicht? Hast du nur zwei Hände? Ja, aber ich habe viel zu viele PCs. Und ich... Ich habe... Mir ging es irgendwann auf den Sack. Ich hatte für jeden PC eine andere Tastatur. Und es ist immer so eine kurze Umgewöhnung. Kennt ihr das? Wenn ihr plötzlich an einer anderen Tastatur seid, als die ihr gewöhnt seid? Und das hat mich irgendwann so angekotzt. Das hat mich irgendwann so angekotzt, dass ich mir halt gesagt habe, okay, scheiß drauf. Scheiß drauf. Jetzt kaufe ich mir für jeden Rechner die gleiche Tastatur. Einfach schön. Hi, Juju. So, also. Unser Plan für heute, wir machen irgendeinen Challenge Run. Ich weiß noch nicht welchen. Das ist, glaube ich, auch der Titel des Challenge Runs. Und... Wir können da noch ein bisschen quatschen, ob wir vielleicht noch irgendwelche Ideen haben. Grüßmusik. Ob wir noch irgendwie Ideen haben. Weil für die, die es nicht mitbekommen haben... Am Freitag feiern wir fünf Jahre Nase. Also am 1.9. Fünf Jahre Nase. Und das machen wir einen ganzen Monat lang. Wir werden da verschiedene Event-Wochen machen. Also jede Woche ist quasi einem Thema gewidmet. Und... Am Donnerstag wird schon mal so einen kleinen Teaser geben. Und am Freitag wird dann der Plan schon mal veröffentlicht. Und... Da freue ich mich schon mega drauf. Und vielleicht haben wir ja noch so ein paar coole Ideen. Äh, ich muss hier gerade noch eine Mod runterladen, die ich nicht sehe. Äh, die brauche ich noch. Wie heißen die? Die, äh... Reloaded? Reloaded? Ja. Ja. Die brauche ich. Die lad ich schon mal runter. Wie wäre es mit No-Hit-Pacifist? Ihr könnt mich auch mal gern haben. Ja. Erste Woche wird es Gothic 1 geben. Zweite Woche Gothic 2. Dritte Woche Gothic 3. Und vierte Woche Arkania. Mhm. Da ist der Plan. Das sind die Mottos. Ich habe euch auch alle lieb, Chat. Nee. Aber Hashtag Realtalk. Die Leute, die sich auf Arkania freuen. Ich werde natürlich auf meinem YouTube-Let's-Play-Kanal, wenn wir mit Gothic 3 fertig sind, Götterdemorung spielen. Und danach Arkania inklusive Add-On. Damit das auf dem YouTube-Kanal vollständig ist. Also, darauf könnt ihr mich... Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ich will auf meinem Let's-Play-Kanal nämlich einfach alle Gothic-Teile abgeschlossen haben. Hier, dann mal los. Arkania-Nase. Risen 1 und 2 würde ich mir noch überlegen, Datras. Risen 3 habe ich keine große Lust. Und Elex 1 und 2 eigentlich auch nicht. Eigentlich habe ich da keine Lust drauf. Nein. Jetzt wird mir wieder hier das VOD gesperrt. Ja, und dann gucken wir einfach mal, was am Freitag abgeht. Lasst uns überraschen. Vielleicht gibt es ja endlich die Roomtour. Man weiß es nicht. Ja. Kann, kann, kann passieren. Vielleicht schauen wir uns irgendein Kram an von mir früher. Wer weiß. Schauen wir mal, was abgeht am Freitag bei 5 Jahre Nase. Kein Lichtrache. Äh. Es fängt schon mal gut an. Äh. Okay. Okay. Oh, 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 okay. Haha. Scheiße. Ähm. Hm. Ja, dann installiere ich den mal neu. Hast du reaktet auf seinen neuen VOD-Kanal. Ja, einfach mehr Reactions. Let's go. Vielleicht machen wir auch Musik. Chat, vielleicht machen wir Musik. Es kann alles passieren. Vielleicht bauen wir Lego. Hm. Vielleicht könnt ihr am Rad drehen. Man weiß es nicht. Es kann so viel passieren, Chat. Es kann so viel passieren. Vielleicht spielen wir Oblivion. Es ist alles möglich. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man ist schon richtig gespannt. Koop-Oblivion mit Dennis. Ja. End of today. Hi, Frischfors. Vier Wochen häkeln. Das wäre auf jeden Fall interessant. CTH, vielen Dank für 10 Monate treu. Dankeschön. Ja, nee. Das wird schon ein super Monat. Das wird, wir werden viel streamen. Samstags wird es auch immer einen 12-Stunden-Stream geben. Furofox, vielen Dank für das Sub-Gift. Dankeschön. Wann machst du Onlyfans? Ah. Nach meinem vierten Soul-Stream. Ganz bestimmt. Das ist gut. also Lichtdrache vielen Dank für den Follow ich dachte du wärst schon unter uns ja guck mal hier wenn man keine gültige keine gültige Händler Lizenz hat auf dem Marktplatz das Handle ist ungültig was habe ich hier denn kaputt gemacht ey was ist hier explodiert äh Damuku vielen Dank für 13 Monate treu Dankeschön hab ich gerade erst entschieden das zu machen äh wegen meinen guten Wortwitzen ja ich hab irgendwas kaputt gemacht ich weiß nur nicht was äh 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 nice oh guck mal die Speicherstände sind sogar noch da ich weiß aber gar nicht äh die also die die das also die 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 Save hm ich hab das nicht dahin geschrieben Chat das steht da ich kann da ich kann da ich kann da nix nix dafür ähm also also ich ich distanziere mich ich distanziere mich von diesen Savegame Namen ich glaub das war vom Blind Run ja ich lese apropiert Nase okay oh Gott so ich muss ganz kurz was äh nachgucken Chat bevor ich euch vorschlag okay ich fand auch this should never be happened ach was es läuft es läuft es läuft vielleicht hätte ich doch einfach böse Nachbarn spielen sollen Karo vielen Dank für das Abgift Dankeschön Dankeschön Gott dammit oh nice okay äh what the fuck Gott was ist hier am Arsch ey was ist hier denn kaputt so ich muss ganz kurz was nachgucken Chat damit ich mich für die für die Challenge wappen kann das sind doch nicht die sind das die Reloaded Texturen ne oder sind das die das sind die Original Texturen ne die Reloaded Texturen sind irgendwie nicht geladen glaube ich ja ok ich muss ganz kurz was testen bin Challenge Ron hier hab's gleich hab's gleich hab's gleich bin gleich da ich muss kurz was gucken hab's gleich warte kurz ist gleich so weit zah komm doch mal zah zah Twitch-Version guter guter Einwand äh ich krieg eine für mich selbst und zwei zum Verlosen das heißt wenn die draußen ist dann gibt's hier Verlosehose ähm sollte der nicht irgendwelche Zauber haben ah ok so jetzt guck ich nochmal was ist denn da jetzt kaputt gucken wir mal ob er das liegt ähm folgendes wir können machen einen Feuermagie only run so wie was beim Guru Magie schon hatten wir können machen einen Belia Magie Run oder wir gucken mal kurz ob der All Talents Run von Karo geht All Talents Run wäre quasi dass wir Leberwurst only dass wir quasi zuerst Stärke leveln dann Geschick leveln müssen dann Mana leveln müssen gut Lebensenergie können wir nicht leveln ne dann Einhänder leveln müssen dann Zweihänder leveln müssen dann Bogen lernen müssen dann Armbrust lernen müssen dann Schlösser öffnen lernen müssen dann Taschendiebstahl lernen müssen dann Magie lernen müssen dann Schleichen lernen müssen dann Akrobatik lernen müssen und wir dann erst wieder Stärke leveln dürfen Nee vorher noch jeden Spell danach Stärke Ja Tier Trophäen tauchen hier gar nicht auf warte mal war das in Gothic 1 schon immer so? Ich zweifle gerade an mir selber naja ähm wisst ihr was wir machen mal ne Umfrage Xeros kannst du mal ne Umfrage machen Failure Run Feuermagier Run oder All Talents Run Ey wenn das Ergebnis 33 wenn das Ergebnis durchgehend 33% ist ja dann stehe ich dann gehe ich und dann dann spiele ich hier Oblivion Ja so sieht's nämlich aus Chat you know what to do und wisst ihr was ich mach solange Musik so nämlich solange der Vote läuft machen wir noch kurz Musik ah ja Umfrage läuft Zwei Gestalten am Waldesrand der Vater zum Sohn mit der erobenen Hand in diesem Wald sagt er herrscht die Bosheit Gini hinein Gini bei Dunkelheit Der Knabe erschwört es und die Jahre vergehen eines Tages beim Wandern sieht er sie dort stehen am Waldrand ein Mädchen von zarter Gestalt er läuft zu ihr jede Warnung verhalt Habt ihr schon gehört oder soll ich's euch sagen im eigenen Blut lag der Knabe erschlagen ob Krieger ob Ritter ob Aristokrat es kehrt nie zurück wer den Wald je betrat das Mädchen liebreizend von rizelger Natur bezieht's lockten Knaben er vergisst seinen Schwur und ihn hören und sehen vergehen sieht er sich im dichtesten unter Holz stehen die Augen die Augen des Jünglings voll schrecken sich weit auf der Haut der Frau beginnt sich Fell auszubreiten gerade eben noch menschlich plötzlich Kreatur der Mond leuchtet hell und auch die Blutspur Habt ihr schon gehört oder soll ich's euch sagen im eigenen Blut lag der Knabe erschlagen ob Krieger ob Ritter ob Aristokrat es kehrt nie zurück wer den Wald je betrat man fand die Nachttagen mit zerbrochenen Gliedern wieder ein Opfer des Waldes bei Nacht jeder der versucht mit dem Wald anzubiedern wird bestraft und um sein Leben gebracht habt ihr schon gehört oder soll ich's sagen Lord Pappnase hat'n Let's Play-Kanal den könnt ihr gut vertragen Schleichwerbung Es war in alter Väterzeit der Sommer ging zu Ende rings lag in grüner Herrlichkeit das weite Wald Gelände stolz leuchtete ins Land hinein Das ist immer zu hoch das Lied das muss ich mal eine Oktave tiefer probieren Was haben wir denn hier noch schönes Ich frag mal wieder ob das jemand von euch kennt vielleicht haben wir ein paar neue Zuschauer Einst kam zum Rhein auf seiner Tour der weitgereiste Trubadur doch war's ein schrecklicher Gesang des Minnesängers Untergang Man warf ihn in den Kerker rein den Hilarus von Bärenstein Saß Hommers Winters Jahr um Jahr grau wurd sein Bart und dünn das Haar und dachte manches Mal bei sich warum ließ ich die Singkunst nicht es magert ab bis aufs Gebein der Hilarus von Bärenstein Alle die mit uns auf Kaperfahrt fahren müssen Männer mit Bärten sein Alle die mit uns auf Kaperfahrt fahren müssen Männer mit Bärten sein Jan und Hein und Glas und Pitt die haben Bärte, die haben Bärte Jan und Hein und Glas und Pitt die haben Bärte, die fahren mit Hallo, na? Also Belia Magie Only Run Interessant, hätte ich nicht mit gerechnet Hätte ich tatsächlich nicht mit gerechnet Liebe Leute Ja, Belia Run Okay, okay, okay Okay Gar kein Problem Äh, jetzt fällt mir aber ein Eine Mod will ich noch drauf klatschen Ja, äh, ich, äh Ich bin umgezogen Ich wohne jetzt in der Kirche Das haben viele noch nicht mitbekommen Da ist das WLAN besser Ja, äh, ich bin umgezogen Kennst du Liederjan? Nee, sagt mir tatsächlich nichts Liederjan Was für ein Dach hat die Kirche? Ein rotes, ein rotes Damit es nicht reinregnet Ja, Belia, Belia Magie Only Okay, interessante Wahl, Chat Ähm Weiß ich jetzt noch nicht, was ich von halten soll Aber wir gucken mal Willkommen in der Gemeinschaft der Nasen Rabenherz Vielen Dank für den Follow Liederjan Nee, sagt mir Kann sein, dass ich es schon mal gehört habe Aber Ich vergesse auch mittlerweile viel Das ist so mein Hauptproblem Ich weiß immer noch nicht, was diese Fehlermeldung soll Ah, wir wollen ja Dialoge anhören in dem Run, ne? Und Musik müssen wir ausmachen Damit ich es für die YouTube-Aufnahme verwenden kann Da war ja was Ingame-Sound ist noch aus? Oh ja, ihr hört keinen Ingame-Sound Das ist korrekt Oh, ich mach mal den den OST Remaster-Sound an Kann der was? Mach den einfach mal an Okay Aufnahme ist gestartet Belia-Magie-Only-Run kann losgehen Hei, hei, hei Es ist lange her, dass wir einen Challenge-Run gemacht haben Jetzt muss ich erst mal nachdenken Wie war denn das nochmal? Mit diesen Challenge-Runs hier Eine weitere Nase nimmt an den Ah, Belia höchstpersönlich folgt rein Das ist natürlich praktisch Und Kitty Witch Vielen Dank für zwei Monate treu Dankeschön Ja, Kollege, wie immer Alles wie immer Nur Belia-Magie Das ist doch nicht dein erster Challenge-Run, oder? Todeshauch Weiß ich tatsächlich gar nicht Wir werden so ein bisschen gucken müssen Was wir machen Wir werden ein bisschen gucken müssen Weil ich hab auch Jetzt keinen definitiven Plan gemacht Ich dachte Wir stürzen uns einfach Ins Abenteuer hinein Weißt du, was ich mein? Todeshauch Gab's das schon in Gothic 1? Ich kenn mich doch nicht aus Kann schon sein Sie sehen einen Gothic-Experten Was soll dieses Kappa dahinter, Dark? Das, äh, erklär mal Verstehe ich jetzt gar nicht Achso, das ist der letzte Schamane Ja, fair enough Fair enough Unser erstes Ziel ist es halt In Xardas Turm zu kommen Das wissen wir ja bereits Das geht mit Akrobatik Das heißt, wir gucken jetzt erst mal Dass wir Schritt 1 genug Erz haben Ich würd's sagen Händler umhauen Ist, ist verboten, oder? Händler umhauen Machen wir nicht Ja, wär zu einfach, ne? Ja, keine Händler klatschen Wobei könnten wir eh nicht Weil wir bräuchten dazu ja Magie Also Wenn Händler umhauen Ein Belia-Zauber ist Ja, Chat ist sich einig Was ist da denn los? Ist heute irgendein besonderer Tag? Auch Unfälle von Händlern Sind nicht erlaubt Boah, das strengt's natürlich Also Also Jetzt Können wir Unfälle definieren? Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager Du bist doch nicht hergekommen Um Ärger zu machen, oder? Ich will mich nur ein bisschen umsehen Umsehen kostet 10 Erz So viel hab ich nicht Diesmal mach ich noch ne Ausnahme Weil du neu bist Ja, aber So ein Weißt du? So ein Final Destination Unfall Klingt für mich schon Extrem Nach Belia an Ja Oh, übrigens Richtig krass Das hab ich letztens rausgefunden Man kann sich hier in nem Fass verstecken Krass, ne? Ja Das hab ich noch nie gesehen Wow Hi Matt Joker Es sind nur Unfälle erlaubt In dem Belia Zauber involviert sind Fair enough Oh ja Wir könnten eigentlich mal Aufs Old Camp wechseln Okay Lasst uns Lasst uns mal kurz überlegen Bevor wir wieder 200 mal Hin und her laufen Wir brauchen viel Erz Weil die Zauber halt relativ teuer sind Und wir brauchen Akrobatik Überlegen ist überbewertet Ja, dann passiert es so wie letztes Mal Dass wir Minimi Run 20 mal hin und her laufen Weil wir jedes Mal was vergessen haben Jedes Mal Welche Version von Gothic 1 ist das? Äh Good Old Games Version Vanilla mit 1, 2 Aufhübschungsmods Erstmal mit Mordrack ein bisschen umherziehen Ja, so ein richtiger So ein richtiger Belia Anhänger Der gibt sich ja jetzt hier nicht so mit Fußvolk ab, ne? Ohne NPC Begleiter, hätte ich jetzt gesagt Um hier mal ein bisschen die Challenge nach oben zu setzen Aber man Ich will dir meine Hilfe anbieten Du bist neu hier Und neue bekommen schnell Ärger Mit deiner kleinen Spender Mich könntest du dir einiges davon ersparen Nur 10 Erzmann Das ist nicht viel Ey, ich war grad Ich war grad so lost Ich hab grad überlegt Hey, die Stimme kenn ich doch Die Stimme klingt doch Genauso wie aus Blood Omen 1 Legacy of Cain Und dann ist mir eingefallen Oh Das ist ja der Matsch-Sprecher Dann, ja Hier, 10 Erz Und du hilfst mir, wenn ich Ärger habe Wenn ich in der Nähe bin Kannst du auf mich zählen Du kannst mich jederzeit Zwischen dem Marktplatz und dem Südtor finden Um die anderen Bereiche Kümmern sich Fletcher und Bloodwin Bloodwin So ein netter Kollege hier Ähm Wie kommen wir denn schnell an Gold? Das ist die gute Frage Dürfen wir Ja gut Schlösser öffnen Leeren Traumhain Gothic 1 ja nicht Dumme Frage Ich ziehe meine Frage zurück Was wird das denn hier? Hoffentlich keine Katastrophe, Robin Ich dachte, das wäre schon lange geklärt Früher wäre das ganz anders gelaufen Hi, ich bin neu hier Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden Ich will mich dem Lager anschließen Auf der Suche nach Führsprecher, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll Schuldest du mich? Lauter Laster ist laut Was ist das für ein Gefallen? Ich habe so manchmal das Gefühl Ein paar Fahrzeuge halten sich bei uns nicht an die 30er Zone hier Ist aber nur so ein Gefühl Ich gebe dir 100 Erz Und du holst die Waffe für mich ab Aber sag ihm nichts von mir Klar, schau Okay Hier mit den 100 Erzbrocken Ich hole das Ding Hier hast du sie Komm direkt zu mir zurück Basically, Pacifists run until Chapter 5 Not really Because we are able to Jump on Xardas Tower in Chapter 1 Früher wäre das ganz anders gelaufen Was ist Sumpfkraut? Neu hier, was? Wahrscheinlich hast du recht Dann kann es rauchen Wird auf die meisten sehr entspannt Ähm Hittits magic not But he has two demon summons scrolls Ich will mich dem Lager anschließen Ich will Schatten werden So Du suchst deine Möglichkeit dich zu bewähren Ich habe keine Ahnung, was die Kosten geht Deswegen sammle ich gerade ein bisschen Erz Ich will es auch nicht wissen Nicht in den Chat schreiben Das gehört zum Run dazu Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt Ist ein ziemlich hohes Tier Einer der Ruhe der Sekte Kalom ist Alchemist Er hat das Rezept für eine ziemlich wirkungsvolle Das kostet auf jeden Fall Erz Ich will ihm das Rezept abkaufen Dann kann ich die Dinger selber herstellen Aber an Kalom kommt niemand dran Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd Was das für ein Soundtrack ist Äh, das ist Gothic Oste Remastered Findest du auf YouTube Als wenn du dich anwerben lassen willst War doch klar, dass ich er Kalom ist einer der Gurus Das heißt, er prüft die neuen Anwärter Du hast mein Schwert, meine Axt Und meine... Füllst, vielen Dank für den Sub Herzlich Willkommen, Dankeschön Hört sich nach einer schwierigen Sache an Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Jego mich fragen Ob du für uns geeignet bist Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss Gib mir 50 Eintrittsvorschung Ein Rezept? Kein Erz, kein Rezept Passt die Lautstärke eigentlich so? Für das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast Für euch ist alles in Ordnung Passt alles Nein, ich will jetzt Erz sehen Oder du kannst dir dein Rezept selber holen Es gibt noch genug andere neue Ich denke Ich sollte den Auftrag einen von denen geben Immer wieder dieselbe Dein Laster ist ein bisschen laut Ja, jeder hat so sein Laster zu tragen Gut, wer hat denn hier eigentlich Dietrich? In der Orks Cemetery, die Ball Ähm, es ist nicht notwendig Die Ball in der Cemetery Zeig mir deine Ware Ich habe hier Hat der Dietrich? Ich will ein paar Dietrich Für ein paar Truhen öffnen Weil da kriege ich vielleicht ein bisschen Zeug raus Ähm Ja, schon teuer die Dietrich What the fuck? Kaufen wir mal nur 10 Gut Ich überlege gerade Wo Truhen sind, die sich lohnen Ne, Dexter Du bist ein bisschen Wir kennen uns schon Hi, grüß dich Hauptsache ab Vielen Dank für 10 Monate treu Dankeschön Ähm Yes, Matt Joker But the RA In Static 1 Is really broken So I Do think we need a lot Of summons Was ist eigentlich der Schläf Der Schläfet Ähm Das ist ein Kumpel Der arbeitet bei uns in der Werkstatt Der Schläfet Das ist ein richtig nicer Dude Der Name Dieter stirbt halt langsam aus Versuch mal mit Pferdrichen Die gehen nicht ganz so gut Aber es sind günstige Ah Ja Ja Oh Ha Oh Das war knapp Alter Oh shit Da wären wir fast in eine Katastrophe reingelaufen Äh No Not yet Matt Joker Not yet Das ist wirklich mein Problem Ich halte dich da lieber raus Hey du die Ich mach dich fertig Okay Rechts Links Rechts Links Rechts Rechts Lohnt sich das? Feldbogen Nicht wirklich ne? Lohnt sich nicht wirklich? Ist das eigentlich auf dem neuesten Patch? So lasst mich mal überlegen Ich überlege gerade in der Wildnis Wo es hier ne gute Waffe gibt zum Verkaufen Mal noch Also rein hypothetisch Rein hypothetisch Wenn ich jetzt so ein paar Wax zu den Gardisten da hinten locke Und die Gardisten Sterben Ist das doch erlaubt? Release Axe ist glaube ich teurer Ja super Ja ich versuche gerade Ich versuche gerade zu überlegen Wo denn in der Gegend Gute Waffen rumliegen Die man verkaufen könnte Aber mir fällt gerade absolut nichts ein Ich könnte versuchen hinten In diesen kleinen Ork Tempel reinzukommen Das sind Drei Truhen Da ist ein bisschen Stuff drin Das könnte man probieren Lass das mal probieren Die alte Streitachste im Ork Gebiet Keine Ahnung wo die ist Das Ork Gebiet ist groß Oh Gott Das war ne sau smarte Idee glaube ich Richtig smart Ach bei den Golems meint ihr Ja könnte man Könnte man wenn wir auf dem Weg zu Xardas sind Sowieso vorbei Ja das stimmt eigentlich Summons only wave of death Ich hoffe Orks können einfach nicht klettern Können Orks klettern Also sie versuchen es Kind of Jump 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 Okay Das ist ne Anti-Ork Grube Ich glaub's auch Oh man muss hier nicht mal Dietrichen Sehr gut Ist nur die Frage Ob sich die Truhen lohnen Ich bin hier so selten Deswegen weiß ich nicht Lohnt sich das Ich mein ich krieg ein paar Dietricher I guess Ich mein Wir könnten Schmieden Chat Die Orks spielen das Spiel auf Winters 11 Mit Schmieden hätten wir genug Erz Wir werden schon lang kein Schmiedestream mehr Also es hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt Um ehrlich zu sein Ist unten in den alten Turm nicht was Keiner Ein richtiger Gothic Experte ne Ja haben ist besser als brauchen Das stimmt Ich überleg grad noch Klar wir könnten ins Orkgebiet Und da einfach gucken Orkhammer Ist halt alles an so saublöden Stellen Oh Gott Ja Oh Gott Ah Nein Oh mein Gott Easy First try Ei 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 Nex Amulett Könnt man verkaufen Theoretisch Ich Ich kümmere mich mal kurz um die Gardisten da Ich kümmere mich mal kurz um die Gardisten Verschwinde hier lieber Hinter dieser Barrikade beginnt das Orkgebiet Ist das gefährlich Sagen wir es mal so Hey der klingt ja wie aus Blattomen Wieso in Fetzen reißen werden Kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben Ist wohl besser wenn ich wieder umdrehe Schade Hätte dein Erz gerne verwahrt Ähm Du hast ein returning freies Ziel in Twin Force Das heißt du wirst es nicht mit Only Tastatur spielen können Außer du deaktivierst irgendwie das freie Ziel Aber ich weiß nicht ob das geht In returning Oh shit Oh shit Ist die returning wieder schon durch Ne Wir haben Wir haben aufgehört Ähm Weil mich die Motivation verlassen hat Weil Weil die Änderungen Die am Anfang So das Spiel hatte Die Die waren dann nicht mehr Ja also sagen wir Der returning Part hat dann angefangen Sagen wir es so Aber bis dahin war es gut Was macht da eine Hund im Baum Was macht da eine Hund im Baum Oh shit Oh shit Scheiße Die Aber jetzt sind bestimmt die Die Gardisten Die spawnt oder Shit Ja das sind Nordperoganische Baumhunde Ich hab Ich hab Die Armbrust immerhin Yay Tollene Armbrust Ja das dachte ich mir auch gerade Die Die Pia Gut dann holen wir uns mal Nex Amulett Lasst euch gar nicht stören Au Au Ciao So Wollein Gummibär Ich geh mal kurz ins Sektenlager Da kenne ich nämlich eine Truhe Da liegt ein Haufen Kram drin Und auf dem Weg können wir eigentlich gleich den Alma nach mal holen Den wir die Goblins einfach raus ins Wasser locken Die Fokussteine verkaufen Ist das nicht ein bisschen fahrlässig Nehmen neun Lager war ich noch nicht Neun Lager waren wir noch nicht Wir brauchen so viele Moneten Wir wollen gleich Spruchrollen kaufen Weil wir brauchen ja Belia Magie Okay Ilsi bisher Super einfach Schade Die Gussu haben wir schon Ja ja Gate Ich glaube das wird nicht ausreichen Befürchte ich Ich glaube das ist noch nicht alles IOL Na was geht Ja Hilfe Ja der kam hier rüber Scheiße Ja ich glaube du stellst dir das zu einfach vor geht Watz Watz doch mal ab hier Wir werden sehen Akrobatik kommt zum Einsatz Ja Rudelenten Oh Gott Oh Oh Ja ich habe wieder den Ultra Instinct Ist im Haus der Erzbarone so viel Zeug zu holen Ich meine Skars Schwert Skars Schwert geht im Zweifelsfall Wieso fallen die nicht mehr Die sollen doch ins Wasser fallen Warum halten die sich nicht ans Skript Es steht doch jetzt genau hier Doblins fallen ins Wasser Warum läuft das nicht Da Wow Hallo rechts vor links So ein Scheiße Ich hätte nicht gedacht Dass du mir heute Kid Minneapolis Vielen Dank für den Follow Dankeschön Ich meine Ich habe den Alma nach Der Rest ist mir gerade scheißegal Einfach raus hier Oh Gott Jetzt aber raus hier Jetzt aber raus hier Jetzt aber raus hier Ja war doch easy peasy Chat Easy peasy Gar kein Problem Bleib stehen du Lump Diese Höhle ist die Hölle Ja Faustkampf only war eine Katastrophe in dieser Höhle Das war echt nicht schön Also Faustkampf only Oh wollen wir mal wieder Abkürzung nehmen Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht Wui Njong Oh komm schon Ich will hinter Tor Nummer 3 Yes Tyrannimo Warte Das hätte ja auch klappen können Wir nehmen diesmal den rechten Weg Wir nehmen Tor Nummer 3 Wui Let's go Rup Okay 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 schonmal Ja viel besser Guck mal Nice Ja perfekt Ja guck mal Wenn ich jetzt ein Schild Will ich 9 Punkte hochhalten Ja easy First try Wir können natürlich das Sumpfkraut holen Wie viel Geld gibt denn das Sumpfkrautpaket von den Sammlern Wobei können wir nicht Wir müssen ja erst Ja geht nicht Vergiss es Streich einfach alles was ich gerade gesagt habe Das ist Quatsch Die Quest können wir ja gar nicht starten Einer ist da Ist die Schläfermagie nicht theoretisch auch Belia Magie Also streich Also you know Also weißt du Eigentlich schon Dann kann ich hier gar nicht so viel machen Wie ich eigentlich machen wollte Goddammit Dann kann ich hier eigentlich nur die Truhe holen aktuell Shit Daran habe ich gar nicht gedacht Ich dachte ich kann noch mehr machen Egal die Truhe bringt auch schon ein bisschen was Ist keine Raketenwissenschaft Ist auch kein Hexenwerk Ich glaube ja immer noch Der schwierigste Job der Welt ist Raketenhexe Hi Ich bin neu hier Und will das Lager kennenlernen Da bist du zum falschen Ort gekommen Seit sich die Templer zum Kampf rüsten Sind wir Tag und Nacht beschäftigt Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen Also störe mich nicht Es sei denn du willst was kaufen Ich will mit dir handeln Gut Hier Das sind die Waffen Die ich zur Zeit da habe Ja aber ich will eigentlich nur dein Erz Dankeschön Willkommen in der Nasenbande mein Freund Nimm einen Stuhl und schnapp dir eine Pappnase Zum Abo noch ein Gruschel Ein Gruschel? Ein Gruschel? Vielen Dank für 11 Monate treu Dankeschön Du siehst nicht aus wie einer Der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat Du siehst aus wie ein Suchender Du siehst aus wie einer Ne Suchende sehen so mit Kapuze und Maske Weißt du? Spürst du nicht das Feuer in dir Das dir nachts den Schlaf raubt? Spürst du das Feuer in dir Der das nachts den Schlaf raubt In einer fremden Welt? Wahr und gerecht verkaufen wollen Du weißt auch warum Weil es Lügen sind Es sind Lügen mit denen sie den Geisterer beherrschen die schwach sind Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist Lass es geschehen Weißt du was du tust wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele Du verleugnest dich selbst Hör auf im Schatten deiner Ängste zu leben Mach dich frei Verstehe Der Schläfer wird erwachen Er wird dir die Freiheit bringen Und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen Wie Unrat der vom Regen weggespült wird Werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden Und sie werden klagen und jammern und bereuen Aber dann ist es zu spät Dann werden sie zahlen Mit ihrem Blut und ihrem Leben Willkommen in der Nasenbande mein Freund Nimm einen Stuhl Die Rübe, vielen Dank für den Follower Und Hardy, vielen Dank für 6 Monate Treue Dankeschön Hey, du hast mich angesprochen Heißt das ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht Das ist gut Ich spüre große geistige Kraft in dir Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein Ich habe dich angesprochen Weil ich dir Gelegenheit geben will Uns deine Loyalität zu beweisen Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen Sind neue Seelen Die sich unserer Gemeinschaft anschließt Irgendwie im Bauch abgeschnitten So, der hat da also Empfiehlt da was? Hast du deinen Will Unsere Gemeinschaft zu bereichern Unter Beweis gestellt Ah, ich gehe mal lieber alle Dialoge durch Nicht, dass wir wieder vor das Tisch stehen Und wir nicht mit ihm reden können Wie schon mal Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Nur zur Sicherheit Das alte Lager ist ein guter Ort dafür Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben Die Männer, die dort leben, sind Barbaren Barbaren? Ach, Rayman Da gab es lange auch schon kein Spiel mehr Ich finde, das wird mal wieder Zeit Dass wir einen neuen Rayman-Teil kriegen Haben wir auch eine Bar? Etwa die Rababarabarababababababababababababababababababababab? Hi, Hütten Deluxe Ja, okay. Dann konnte ich hier jetzt gar nicht so viel machen, wie ich machen wollte. Schade, Marmelade. Die Tage nochmal Speedrun-Tale geguckt. Ja, ich versuche da immer noch, nochmal einen Slot zu kriegen bei denen, aber für so einen No-Hitrun, der drei Stunden geht, ist es gar nicht so einfach scheinbar. Vor allem jetzt, wo gerade Gamescom war. Da haben die sowieso keine Zeit. Das Trankrezept brauche ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Nee, ich war nicht auf der Gamescom. Ich habe es noch überlegt. Aber es war mir dann doch zu knapp. Nächstes Jahr werde ich aber hinfahren, so wie es aussieht. Nächstes Jahr werde ich hinfahren. Einfach mal ein paar Connections aufbauen. Oh, ich soll vielleicht gucken, wo ich hinlaufe. Ha! Ha! Äh, Gothic 1 war geplant, Twin Force. Er ist alles auch schon eingetötet. Wir warten nur noch, dass wir, dass wir einen Slot finden. Wo wir Zeit haben, das zu machen. Ja, Samuel, ich habe es mitbekommen. Ha! Ich habe es mitbekommen. Ah! Ja, auf der Gamescom waren wieder viel interessante Sachen. Alles nicht so einfach. Also, was ich jetzt so mitbekommen habe, weibliche Streamer wurden, wurden einfach random angesprochen von so 13, 14-Jährigen, ob sie Onlyfans haben. Ja, das wäre schon lange geklärt. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sehr gut. Katastrophe, ey. Alter, manchen Leuten, ey, ne? Ein neuer Tag. Ja, manche, manche Influencer haben, haben sich benommen wie die letzten Deppen, haben sich wohl einfach in Schlangen vorgeträngelt und haben gesagt, ey, ich bin, ich bin zu wichtig, ich muss mich nicht anstellen. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Das zeugt auf jeden Fall von Charakter und vor gegenseitigem Respekt. schon spannend auf der Gamescom, ja. Aber immerhin gab es scheinbar keine Schlägerei. Das ist doch immerhin auch was. So, lasst uns mal ganz kurz überlegen. Ja, lass mal, lass mal kurz in die alte Mine gehen von der Quest vom Diego. Dann kriegen wir zumindest mal Erfahrungspunkte, können Akrobatik lernen, dann können wir zu Xardas. Und dann mal gucken, was das kostet. Okay. Snork, vielen Dank für 28 Monate treu. Dankeschön. In Leipzig gab es sowas früher nicht. Naja, das Problem ist halt, zu Leipzig-Zeiten, da gab es halt noch nicht wirklich diesen Begriff Influencer. Und da waren halt nicht wirklich viele große YouTuber dort. Willkommen in der Nasenbande. Fritzemann, vielen Dank für neue Monate treu. Dankeschön. Das ist ja nicht wirklich vergleichbar. Ja, und damals sind halt Leute auch hingegangen, die sich hauptsächlich fürs Gaming interessieren. Mittlerweile gehen ja einfach jeder hin. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Das ist halt auch ein Problem. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez-Leuten anzuschließen. Und ich weiß nicht, wie ich es richtig formulieren soll, aber früher gab es halt noch so ein bisschen. Ich will nicht sagen, ein gewisses Niveau so. Also jetzt mal so zum Beispiel, um Kronk zu nennen, der damals ja schon groß war. Aber mittlerweile gehen da auch halt, ich sage jetzt extra keine Namen. Mittlerweile sind da auch Leute anzutreffen, wo ich mir halt denke, ey. Jetzt sind wir schon, jetzt haben wir RTL2-Niveau halt auch auf Twitch und auf YouTube. Das ist halt... Aka Wishes, viel lieben Dank für sechs Monate treu, dankeschön. Komm, sag Namen, trau dich! Na, viel lieben Dank für 24 Monate treu, dankeschön. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen, was muss ich nicht tun. Ader Wands wie immer, finde ich nicht mal das Schlimmste, was es auf Twitch gibt. Sag ihm, Diego schickt dich. Willkommen in der Nasenbarkeit, mein Freund. Greyhide Series, vielen Dank für zehn Monate treu, dankeschön. Mach's gut. Schnapp dir eine Pappnase. Dankeschön. Ja, und das ist halt auch ein Teil, der da mit reinfällt. Dass halt gewisse Leute auch eine gewisse Art an Zuschauerschaft anziehen. Und das merkst du halt. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez ist. Finde ich halt auch nicht geil. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir umschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir. Kapiert? Ich werde mit Diego reden. Willkommen in der Nasenbarkeit, mein Freund, mit einem Stuhl und schnapp dir eine Pappnase. All the subs. Ich habe mit Thoros geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, rück dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen neuen wie dich jeden Tag eine neue Teile zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Ja, also das Krasseste, was ich mitbekommen habe. Es gibt wohl gerade einen Streit, weil einer nicht in die Red Bull launch durfte. Warum? Habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Aber das ist ein Typ, der hat bei GTA Roleplay, GTA Roleplay ist sowieso schwierig, bei GTA Roleplay wohl ein Szenario nachgespielt, so 1940. Wo ich mir denke, ich habe im Internet eigentlich alles erlebt, aber man findet doch immer was Neues. Wo ich mir dann denke, ich spule dann nochmal das Video zurück. Und dann denke ich mir, habe ich das gerade richtig verstanden? Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir Ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Maxi Kong, vielen Dank für zehn Monate treu. Dankeschön. Ich habe unter anderem auch das Dave-Video dazu gesehen, ja. Mach's gut. Ja, also es passieren halt, man kriegt, wenn man in so seiner Bubble ist, überhaupt nicht mit, was alles links und rechts noch für absurden Kram läuft. Ich habe ja auch die letzten Wochen, weil es halt einfach für mich interessant ist, wie sich Personen dazu verhalten. Und, 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 und wie das Ganze im Internet abläuft, was für Kommentare reinkommen. Diese ganze Shuyoka-Kuchen-TV-Skoro-Sache habe ich mir halt auch komplett reingezogen. Was halt auch, wo ich mir halt wieder denke, alter. Es ist halt schlimm geworden mittlerweile in YouTube-Twitch-Deutschland. Die, die was? Ihr seid ja gar nicht informiert, Leute. Wir machen nach dem Stream mal einen Stuhlkreis und reden über alles. Ja, und, und ich denke mir halt jeden Tag, ich will doch eigentlich auf Twitch nur ein bisschen zocken und Spaß mit den Leuten haben. Weißt du, wo ich mir immer denke, was soll denn der ganze Stress? Nee, Xeros, du, das ist ja, das ist eine falsche, das ist ja völlig falsch, Xeros. Du bist da, du bist da ja komplett, komplett daneben in dem Thema. Können wir uns nicht einfach in den Fass setzen, einfach nur reden? Ja, es ist halt einfach eine Katastrophe. Und, und ich beschäftige mich halt einfach aus, aus meinem eigenen Interesse draus, weil ich halt einfach wissen will, was in Twitch und YouTube-Deutschland so abgeht. Weil ich das für, für halt mein, mich so brauche. Aber, so wenn ich jetzt normaler, normaler Zuschauer wäre, dann, dann, dann hätte ich auch echt Besseres zu tun. Hi, Rekt. Ja, es ist eine Katastrophe, wenn man, wenn man da einfach guckt, was, was da abgeht in YouTube-Deutschland. Das Gute ist, ich weiß dann halt über die meisten Sachen schon immer Bescheid. Und kann dann, kann dann, wenn's, ich seh übrigens wenig, hab ich ne Fackel? Wenn's dann irgendwie in, in, in eine bestimmte Richtung geht, kann ich, kann ich dann schon sagen, ey, lass mich mit dem Thema in Ruhe. Ich, ich, ich will darüber nicht reden. Ja. Mich, mich wundert, dass, 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 dass solche Artikel noch nicht in der Bravo stehen oder so. Wenn du in so eine Bubble abrutschst, bin ich weg. Wenn ich in so eine Bubble abrutsch, bin ich selber weg, gate. Dann, dann muss ich aber los, Bruder. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Dankeschön. Ich schau mich mal um. So, können wir eigentlich schon wieder raus. Mehr will ich hier gar nicht. Mehr will ich hier gar nicht. Hier ist jetzt ein neues Lager. Geben da eine gewisse Liste ab. Ja, ich warte eigentlich nur drauf, dass, dass Mr. Trashpack und Herr Newstime, weiß nicht, ob ihr die kennt, das waren, das waren so News-YouTuber, die immer über den aktuellen Beef und Trends berichtet haben. Die machen ja, glaube ich, auch nichts mehr. Dass die wieder aus der, aus der Versenkung auferstehen und drüber berichten. Gott, YouTube-News-YouTuber ist auch krass, ne? Die Ereignisse überschlagen sich, ja. Dafür gibt's auf jeden Fall den Win der Woche. Ach, ich vermisse das alte YouTube-Deutsch dann schon ein bisschen. Ja, es geht halt. Hat er sogar, Herr Newstime, das habe ich gar nicht mitbekommen. Trashpack macht nur noch TikTok. Und da ist er sogar relativ erfolgreich. Der hat ja schon über eine Million Follower auf TikTok. Und da ist er auch nicht mitbekommen. Wo bekommen wir Lee's Axe zum Verkaufen? Naja, äh, IOL, hast du mittlerweile rausgefunden, warum manchmal in PCs ihre, ihre Waffentroppen mitten im Kampf? Das bräuchten wir auch noch für einen Challenge Run. Ich habe es aber noch nicht rausgefunden, woran das liegt. Wir könnten uns theoretisch unendlich Wasser holen beim Reißlord. Dann hätten wir auch unendlich Geld. Skala von 1 bis 10. Wie schwer ist es, sein Gothic so hübsch zu bekommen? Also, dass es so hübsch wirkt, liegt natürlich daran, dass ich im Bild bin, ja? Also, das harmoniert halt sehr gut. Der Rest ist eigentlich relativ einfach. Aber halt, äh, so einen schönen Bart hinzubekommen ist halt nicht, äh, ist halt nicht so easy, sag ich mal, ja? Ja, da brauchst du halt viel Testosteron. Aber ich habe einmal, ich habe mal, äh, ich habe halt auch früher sehr viel getestet. Deswegen habe ich sehr viel Testosteron. Nee, nee, Dark, hier hätte ein, ein, ein Manscaped. Oh, das geht mir so auf den Sack. Darüber müssen wir auch mal reden. Habt ihr das auch schon? Ich, ich reg mich da mittlerweile so auf. Es gibt ja diese, diese Manscaped-Werbung für den, sie umschreiben es schön in der Werbung für den Intimbereich für Männer. So. Es geht mir auf den Sack. Wow. Normalerweise hatte ich ja immer, ähm, ein Adblock. Normalerweise hatte ich immer ein Adblock drin. Aber selbst die GameStar, die fucking GameStar, baut diese scheiß Manscaped-Werbung in die Videos ein. Da wird dann das Video kleiner. Von Review oder Testbericht. Und links läuft dann wie so in einem schlechten Banner die Manscaped-Werbung. Und dann reden sie, was weiß ich, bei, bei Stalker 2 plötzlich über Eier rasieren. Ich, ich könnte so kotzen. What the fuck? Das ist eigentlich falsch. Simanova, vielen lieben Dank für 21 Monate Treue. Dankeschön. Ich mein, wie, wie, wie weit geht das, geht das noch? Gott, hab ich mich da aufgeregt. Dass das jetzt sogar die GameStar macht. Weißt du, ich versteh's ja bei, bei, bei einem Influencer-Youtuber, der auf das Geld angewiesen ist. Fein. Aber die fucking GameStar. Alter. Ich, pfff. Weiß ich nicht, was ich, was ich davon halten soll. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht. Wie bist du daran gekommen? Ion hat sie mir gegeben. Du hast Nerven. Sie haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Torus geht bestimmt schon die Wende hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Torus ihm sagt. Ja, bei GameStar auch auf, also das Magazin lese ich echt noch gern. Ich habe immer noch das Magazin abonniert, weil ich einfach die Videos da gern angucke. Da ist übrigens keine Werbung drin. Und ich lese halt gern die Artikel, die drin sind. Dafür ist es mir der Mehrwert wert. Aber der YouTube-Kanal, ich, ich weiß nicht, ey. Ich weiß echt nicht. Da ist ja... Du hast mein Schwert, mein Herz und meine Lasse. Auch, auch mittlerweile früher, früher haben sie ja so Trailer analysiert. Mittlerweile heißen die Titel halt auch, das müsst ihr sehen. Das ist unglaublich. Ich warte noch drauf. Wir haben uns Trailer angeguckt und das ist passiert. Ey. Ich bin da echt kein Fan von, wo sich das hin entwickelt. Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen? Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer. Das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Ja, schau dir diesen Trailer niemals um 3 Uhr nachts an. Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen? Wir schreiben noch ein bisschen was drauf. Und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Wenn sie den Krempel dann... Shit, ich dachte, ich kriege hier 500 Erfahrungspunkte. Und sagen uns alles ein. Das haben wir gleich. So. September ist am 1.9., ja. Zufälligerweise genau dann, wenn wir unser Jubiläum starten. Aha. Ich bin halt Geschäftsmann, ne? Ne, ist einfach nur ein glücklicher Zufall. Ist tatsächlich einfach nur ein glücklicher Zufall. Ich kann nichts dafür. Ihr glaubt nicht, was heute in Nasus Stream passiert ist, ja. Gut, jetzt müssen wir halt doch nochmal zurück ins alte Lager und die Liste abgeben. Ich dachte, ich kann hier gleich Akrobatik lernen. Ja, glaub ich nicht. Wir schauen mal. Wir schauen einfach mal. Wart mal ab. Tini, vielen lieben Dank für zwei Jahre Treue. Dankeschön. Das heißt, du willst nicht verraten, mit welchem Qualitätsprodukt du deinen Bildschirmschmeichelnden Bart formst. Ich benutze tatsächlich den Standard-Philip-Rasierer, der auf Amazon, wenn du Rasierer eingibst, als erstes angezeigt wird. So. Und ansonsten habe ich noch eine Bartbürste und Bartöl, das noch orange riecht. Sonst mache ich eigentlich nicht viel. Das Ambossfett? Du meinst, weil mein Kinn so ausgeprägt ist wie ein Amboss? Willst du das damit sagen? Ja, willst du das damit sagen? Was bringt Bartöl? Das macht den Bart ölig. Was? Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Für weitere Tipps folgt mir. Ist kostenlos auf Twitch. Ein Beauty-Vlog. Ich habe ja überlegt, mal ein YouTube-Video zu machen, wo ich die verschiedenen Gothic-Amulette vorstelle, die es gibt. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir heute folgst. Vielen Dank für den Follower. Dankeschön. Wo ich die verschiedenen Amulette vorstelle. Ich kam mir aber so direkt vor wie, 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 wie Narsis Beauty Palace. Und ich darf dann auch nur so reden. Und ich darf dann auch nur so reden. Ich habe auch nur so einen Punkt. Wirklich ein bisschen. Wirklich ein tolles Schnäppchen. Macht euch gleich attraktiv, motiviert und selbstbewusster auch im richtigen Leben. Okay, ich habe einen neuen Patien-Wunsch. Ich habe die Liste von Ihnen. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Das klingt verblüffend realistisch. Mach's gut. Wie meinst du denn jetzt? Wie meinst du denn das jetzt? Ist gekauft. Ah, ich habe tatsächlich ein neues Amulett. Warte mal, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich hole das mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich war auf dem Mutes-Wand-Test. Hier aus dem THQ Nordic Store. Das ist aus Silber. Aus echtem. Und das finde ich geil. Das hat so ein schönes Brett. Ich haue euch gleich. Das hat so einen schönen rustikalen Look. Das gefällt mir ganz gut. Und jetzt habe ich auf Ebay gesehen. Ich finde es zwar nicht so geil, aber für die Sammlung ist es okay. Mach mal das hier noch. Wobei, in der Kamera sieht es eigentlich ganz geil aus. Ist minimal größer. Mach mal das Amulett weg. Wir sehen das Brett nicht komplett. Ja, nee, das ist Bambus, das Brett tatsächlich. Ja. Ja, also, ähm. Die haben auch alle eine heilende Wirkung. Ja. Also, wenn ihr die umhabt. Ja. Das heilt, das heilt ja alles. Also, die haben, die haben. Das sind wie Heilsteine, nur besser. Ja, und wenn der Merkur und der Venus, ja. Tch. Katastrophe. Ich muss dieses Brett haben. Nee, nee. Es heißt der Venus, da bin ich mir sehr sicher. Heißt ja auch, heißt ja auch das Nutella. Oh, da macht er ein Fass auf. Jetzt hat er es gesagt. Ja. Spagat. Ja, das ist Nutella. Weiß wieder mal keiner. Und, und, der, der Gerät. Ihr werdet mir das Nutella trotzdem aus meinem Toten hinten reißen. Nee, also, die, die, die Amulette gefallen mir halt, gefallen mir halt echt gut. Es gibt, es gibt im Store, ach du. Wir machen Spendenziel auf. Es gibt, es gibt nämlich im, im, im Store, in Polen, glaube ich gerade, das Amulett, was ich schon habe, nur aus Gold. Für 743 Dollar. Ich meine, es scheint echtes Gold zu sein, aber ich, ich will es nicht bestellen und rausfinden. Aber falls jemand von euch, falls jemand von euch das bestellen möchte und, und mir zum 5-jährigen Twitch-Aboleum, äh, Jubiläum schenken möchte, das am Freitag ist, ja? Also, da halte ich jetzt auch niemand auf. Es sind, es sind nur Ideen, die ich, die ich, die ich reinwerfe. Es sind nur Ideen. Ein Aboleum. Finde ich eigentlich gut. Aboleum. Moin, der Simon. Aber auf der Gamescom eine riesige 2000 Euro Berserker-Figur gesehen. Ja, ich suche ja immer noch für unser, für unser Regal hinten eine coole Buggy-Figur aus One Piece, weil daher ja unser Name kommt. Aber entweder es gibt keine, oder die kostet halt 2000 Geld. Und das ist mir zu teuer. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Wenn du deinen Körper beherrschst, bist du in der Lage, viel weiter zu springen. Du lernst, dich richtig abzurollen und aus dem Fall heraus richtig zu landen. Aber denk daran, du bist... 2000 Cent, oder? Auch im Kampf ist Akrobatik sehr hilfreich. Du kannst deinen Abstand zum Gegner sehr schnell verändern. Viel Glück. Auf Ebay Kleinanzeigen ist auch wieder der Gothic 3 Nordmark-Krieger mit 1,95 drin. Für knappen Tausender. Allerdings nur Selbstabholung. In Österreich. Wohnt jemand in Österreich und bringt mit denen vorbei? Ich meine fürs... Am Freitag haben wir Fünfjähriges. Also ich... Ich mache nur Vorschläge. Es sind... Also ihr müsst... Es sind nur Ideen. Es sind nur... Es sind nur Ideen. Also... Also... No... No... No shaming. Aber kennt ihr solche Hochzeitspaare? Die heiraten. Und dann so Wunschlisten verteilen. Und auf den Wunschlisten das billigste Geschenk bei 1000 Euro anfangen? Kennt ihr sowas? Ich fühle mich gerade so ein bisschen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen. Katastrophe. So, dann machen wir uns mal auf zu Xardas und gucken, was die Spruchrollen kosten. Let's go. Ich habe generell nicht so viele Freunde. Aber ich dachte, wir sind alle Freunde, Jarastu. Also mein Freund bist du auf jeden Fall. Was kostet die Figur denn? Es steht, glaube ich, 1000 Euro Verhandlungsbasis drin. Man kann es wohl auf 750 drücken oder so. Lässt du mich auf deine Hochzeit ein? Ähm. Ich schicke dir eine Geschenke-Geschenke-Liste. Ich schicke euch allen eine Geschenke-Liste, wenn ich heirate, Chat. Ja? Da könnt ihr aber drauf wetten, dass das Billigste nicht unter 1000 ist. Ja, IOL, ey. Die, die, die Concept-Comic-Seiten, ey. Das ist immer noch so absurd, dass da eine Comic-Seite für, für 1000 Euro wegging. So, what the fuck, ey. Was geht eigentlich ab? Ich bin auch gerade an der, an der polnischen First Edition dran. Mit dem Kartenspiel und dem Amulett. Und ich weiß halt nicht, wie viel ich dafür ausgeben möchte. Die ist halt schon sehr selten. Kannst du denn polnisch? Yes. Da. Ich meine da. Ja, steigt alles im Wert, sobald das Remake rauskommt. Also alles Mögliche kaufen. Let's go. Außer das Remake wird totaler Rotz. Hey, Xeta, das sagen wir hier nicht. Darüber reden wir hier nicht. Ja, die polnische Edition, die hätte ich halt noch gern. Aber, pfff, du, die Preise, ne. Ja, den Gothic-Comic habe ich mittlerweile auch wieder. Sogar zu einem relativ humanen Preis, wenn man sich die, die Kosten mittlerweile anguckt. Da, ja. Bin ich da ganz happy, dass ich den noch ergattern konnte. Äh, gibt's schon IOL? Äh, wurde mit Erlaubnis von, glaube ich sogar von THQ Nordic im Gothic-Arkiv mittlerweile hochgeladen. Es gibt mittlerweile ein Haikyuu. Bei Haikyuu-Scan. Und nicht alles täuscht. Guck mal, wir sind bei Xadas. Ah, ich fand den Test okay, Tokar. Ich fand, ich fand den Playable-Teaser nicht so schlecht, wie ihn alle gemacht haben. Sechs von zehn, sieben von zehn fand ich den. Für den Playable-Teaser. Jetzt nicht für das vollwertige Spiel, aber für den Playable-Teaser fand ich's okay. Boah, ich find's schon IOL. Ich find den schon relativ hochauflösend. So, wie kam man denn da wieder hoch? Weiß das doch nicht mehr. Ja, sonst, naja, okay, ja. Passt. Got it? Ja. Ja. Ich bin so da hochgekommen. Gefallen. Oh, ich hoffe, dass das reicht, was ich hier einstellen kann. 26 FPS. Okay, let's go. Let's go. Äh, ja, das ist, hm. Fast. Knapp, ja. Ähm, es könnte, könnte, könnte sein, dass ich zu, zu viel FPS hab, dass wir wirklich auf 21 runtergehen müssen. Nee, der geht, der geht, der geht, der geht, der geht auch auf 26. Der geht, der geht, ich sag's euch, der geht. Der geht. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Okay, Moment. Hab's gleich. Ich hab's gleich. Echt? Das war nicht der richtige Sprung? Okay. Okay. Gar kein Problem. Gar kein Problem, Chat. Wieso? Wieso springt der jetzt so komisch? Mach ich denn gerade falsch? So. Moment. Wenn wir nach oben gucken, springen wir weiter. So funktioniert das auch im echten Leben. Gott, dammit. Ich brauch jetzt wirklich die 21 FPS? Really? Und die kann ich bei Diode X11 nicht einstellen, oder was? Ja. Schneid mal raus. Komm schon. Hey, AOL, du weißt es doch. Schafft man den Sprung mit 26 FPS? Oder braucht man die 21? Ich glaub, ich glaub, wir brauchen die 21. So, funktioniert den Gothic mit Reva-Tuner. Hä? Ich hasse dieses Programm, ja, ne? Ich hasse dieses Programm. Das sollte jetzt ja theoretisch laufen. Theoretisch. Ah, der gute alte Entwickler Barracuda-Bits. So, schauen wir mal. Ja, ich weiß. Äh, was ist das jetzt? Könnten 21 FPS sein. Keine Ahnung. Also, ich find, der zählt. Ich hasse diesen Sprung. Okay, jetzt geht's wieder nicht. Vielleicht doch mit Anlauf. Vielleicht muss ich doch mit Anlauf? Ach, komm schon. Das war's doch. Das war doch perfekt. Soll ich vielleicht... Vielleicht soll ich einen Heiltrank trinken oder so. Weißt du? Vielleicht hab ich zu wenig Leben einfach. Wißt du, was ich mein? Vielleicht ist es zu wenig HP. Moment. Hab's gleich. Sekunde. I've got this. Nein. Ah. Komm schon, was ist los? Hi, SeaWig. Continuals. Yes. First try. Guck mal, war doch ganz einfach. War doch super einfach, Chad. Das war doch super, super einfach. Hast du auf der anderen Seite auch gespeichert? Wär mies, wenn nicht. So, hallo, Herr Das. Was geht? Ich bin der Auserwählte. Wer wagt es, meine Studien zu unterbrechen? Mein Name ist... Ich will deinen Namen nicht wissen. Er ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass du der Erste seit vielen Jahren bist, der meine Golem-Rätsel gelöst hat. Ja, die Golem-Rätsel. Ja. Richtig. Gab es andere Besucher? Nicht viele. Und als sie mir lästig wurden, machten sie Bekanntschaft mit einem meiner höheren Wesen. Du bist wohl gerne ungestört, was? Also, ich weiß von den Golem-Rätseln, die wir gelöst haben. Saturas schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe. Die Wassermagier wollen ihren großen Erzhaufen. Der Erzhaufen ist nicht die Lösung. Nein? Nein. Passau. Ist das nicht auch Österreich? Ich weiß... Wo ist Passwort? Passwort. Wo ist Passau? Die Feuermagier sind alle tot. Sind sie? Gommes hat sie ermorden lassen. Das wundert mich nicht sonderlich. Diesen dummen, barbarischen Schlechtern in der Burg, allen voran Gommes, war noch nie zu trauen. Ja, Bayern ist ähnlich weit weg wie Österreich, ne? Gommes und die anderen Magier haben sich ihren Henker selbst gewählt, als sie Gommes damals halfen, die Macht an sich zu reißen. Der sogenannte Schläfer soll ein übler Erzdämon sein. Das hat die Bruderschaft im Sumpf herausgefunden. Die Wassermagier glauben nun, dass wir alle in der Kolonie in großer Gefahr seien. Die Gefahr ist größer, als irgendjemand innerhalb der Barriere erahnen kann. Ich werde so angestrahlt. Ich mache mich mal ein bisschen dunkler hier. Wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt. Vergiss den großen Erzhaufen. Seine Energie wird die Barriere... Moment, du findest es lächerlich, etwas in die Luft zu sprengen, ja, Rastu? Warum denn? Wenn sie in den letzten Jahren weniger Zeit für ihre törichten und eitlen Streitereien verschwendet, dann wüssten sie jetzt vielleicht auch das, was ich weiß. Was denn? Keiner der zwölf Magier von damals scheint sich je gefragt zu haben, warum die Erschaffung der Barriere außer Kontrolle geriet und sie diese riesigen Ausmaße annahm. Hast du es herausgefunden? Eins ist auf jeden Fall klar. Die Antwort liegt tief unter der Stadt der Orks. Die Stadt der Orks? Die Stadt der Orks? Die Orks sind nicht etwa wie viele glauben Tiere. Ihre Kultur reicht fast ebenso weit zurück wie die der Menschen. Vor vielen hundert Jahren beschwörten fünf Orks-Schamanen einen uralten Erzdämonen, um ihrem Clan die Macht zu verleihen, ihre Feinde zu vernichten. War dieser Erzdämonen der Schläfer? Diesen Namen gaben ihm die Orks erst viel später. Doch warum sie das taten und warum sie heute vor diesem Überwesen in Furchter zittern, werde ich dir nicht erzählen. Warum nicht? Warum nicht? Spawnt jetzt eigentlich der Schamane auch schon in Kapitel 1? Also kann ich da jetzt schon hin? Das konnte der sterbende Horkrieger, der von einem meiner Dämonen befragt wurde, nicht mehr von sich geben. Boah, krasse Verschwörungstheorie, IOL. Ich habe eine Verschwörungstheorie bezüglich des Erzhaufens. Xardas lügt, dass der Plan nicht funktionieren kann, denn Saturas sagt, dass die Explosion alles Magische verendet, innerhalb der Barriere zerstören wird. Was passiert dann mit den Magier, Runen, beschwörten Dämonen und so weiter? Hm. Xardas will das alles behalten. Okay. Was hat dieser Orkschamane mit meiner Aufgabe zu tun? Er wird dir den fehlenden Teil der Geschichte über den Schläfer erzählen. Ein Orkschamane wird sich von kaum... Ich müsste ja auch mal den Roman des Schläfers Bann mir durchlesen. Doch schon, aber... Oh, dann lese ich Streamchat. Wie lange brauchen wir für tausend Seiten? Suche den Schamanen. Er ist nicht gut auf seine Brüder, der Orkschamane zu sprechen. Also wird er dir vielleicht zuhören, bevor er dich zu einer lebenden Fackel macht. Sehr beruhigend. Wo hält sich dieser Verbande auf? Gehe zum alten Kastell, östlich von hier. Es ist nicht zu übersehen, denn es steht auf dem Gipfel eines hohen Berges, der schon von Weitem zu sehen ist. Kann man es so einfach betreten? Es wird zwar noch altes Kastell genannt, aber genau genommen stehen da nur noch die Grundmauern. Es ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Routine. 30 bis 40 Seiten die Stunde. Und wenn ich die Schriftgröße größer mache? Okay. Ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen. Mein Diener hatte ja bereits eine Teleportationsruhne für das Pentagramme. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Hat er nicht. Lügen. Dreckige Lügen. Ich suche magisches Wissen. Ich suche magisch. Ch imminent. Ich suche magisch. Ich suche magisch. Gut, ich habe es euch geint. Ich suche magisch. Ich suche magisch. Ich finde die Auswahl ein bisschen beschränkt jetzt so. Ich suche magisches Wissen. Ah. 550, Alter. What the fuck? Ach, du Scheiße. Wo habe ich so viel Erz her? Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wo habe ich das Erz her? Bin ich... Falsch und safe geladen? Ne, ich habe das Rohstahl, ich habe die Klingel, ich habe genau das, was ich eingesammelt habe. Ach so, in Xadas Truhe waren knapp 300 Erz, ne? Da hatten, wir hatten ja einiges zusammenbekommen. Ja, okay, never mind. Ich war gerade voll verunsichert. Ich suche magisches Wissen. Nice. Oh, wie schön. Mondgesenken hat nicht gelogen, der resettet jedes Mal die Spruchrolle. Nice. Let's go. Das Buch vorzulesen würde etwa neun Stunden dauern. Ach du Scheiße. Da hat doch niemand die Zeit für. Zweist Streams Easy. Ich suche... So, sechs Spruchrollen Dämonen beschwören. Schnappen wir uns hier mal. Ich hoffe halt, dass es reicht. So. Okay, wir müssen noch Mana lernen, auf jeden Fall. Das heißt, wir brauchen noch ein Level Up. Okay. Das heißt, wir brauchen noch ein Level Up, dass wir durch irgendwelche Quests jetzt machen müssen. Und dann geht's ab. Gut gesprungen. Mhm. Nice. So, ich probier mal an den Goal, bis vorbeizukommen. Jiks. Wir müssen halt noch gucken, wann wir dann... Upsala. Wann wir dann mit Dennis Eldenring-Koop weiterspielen. Das habe ich jetzt noch nicht eingeplant. Aber ja, lass doch mal, während ich jetzt hier versuche zu questen, lass doch mal drüber, drüber palavern. Was erwartet ihr euch denn eigentlich so? Von dem Jubiläumsmonat. Was, was, äh... Was erwartet ihr euch denn so? Nur damit ich schon mal weiß, ob ich euch enttäusche. Du, es geht rein. Tschüss. Okay. Ich hätte dazu sagen sollen, ernsthafte Sachen. Das komplette Hermanneling-Lied. Ah, jetzt geht's aber ab hier. Ja. 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 Mehr Koop mit Dennis. Oh Gott. Fuck. Hab ich gespeichert? Ja, hier. Ich erwarte was zum Spielen. Und Schokolade. Was? Keine Gothic-Abstürze. Das kann ich nicht... What? Da habe ich einfach gesniped. Das kann ich nicht versprechen. Keine Gothic-Abstürze. Das kann ich nicht versprechen. Koop ist etwas hochgegriffen. Was meinst du denn jetzt damit, Jaras, du? Vielleicht kriege ich ja Dennis dazu. Ey. Es sind doch auch einige Zuschauer hier, die bei Dennis zugucken. Ja. Ihr könnt ihm ja mal unterschwellig so Dungeon-Lords vorschlagen. Weißt du, so komplett random im Chat. So, ey, Dennis. Weißt du, was geil wäre? Hier, Dungeon-Lords. Mit Nase im Koop. Das wäre ja richtig geil. Das ist so ein bisschen... So ein bisschen Influenzen. Wisst ihr, was ich meine? Dungeon-Lords. Dungeon-Lords. Wir müssen schon ein richtiges Trash-Game spielen. Da! Ach, komm schon. Pff. Das ist doch Beschiss hier. Nase wirbt wieder Zuschauer. Ey, Streamer ab. Nun. Dungeon-Lords mit Patch war ganz okay. Ich möchte nur noch mal anmerken, dass im ungepatchten Zustand du mit einer Klasse in Dungeon-Lords nicht das Tutorial abschließen konntest, weil die Schultern von dem NPC zu breit waren. Ich möchte das nur mal ganz dringend anmerken. Oh, wie er da... Oh, boah. Alter. Habt ihr das gesehen, wie krass ich war? Guck gleich. Moment. Nase, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Du bist zu schmal, ja, ja. Und es kam erst im vierten oder fünften Patch überhaupt eine Karte dazu. Eine fucking Karte. Du wusstest vorher überhaupt nicht, wo du hingelaufen bist in dem Game. Man konnte ohne Patchs auch nicht die Stadt verlassen, weil das Tor nicht aufging. Das passiert im Koop übrigens immer noch. Ja, die Sounds werden sie schon übernehmen, Tiny, glaube ich schon. Wurde das von Bärchen getestet? Ja, Dungeon-Lords ist schon ein sehr interessantes Spiel. Du kannst jetzt zum Beispiel Charakter-Quests verbauen. Also du kannst zum Beispiel Krieger werden. Wenn du allerdings deinem... Teenie... Ja, ich bin heute nicht auf der Höhe. Wenn du... Wenn du, äh, 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 dem Auftraggeber sagst, Nee, ich hab gerade keine Lust. Und frag mich bitte auch nie wieder. Dann kannst du deine Klasse nicht weitermachen. Ist mega geil. Ist mega geil. Solche Features hat das. Immerhin konsequent. Fair enough. Ja, das Spiel war eine mittelschwere Katastrophe, ey. Aber ich hab's trotzdem gerne gespielt. Ich hab's sogar ein einziges Mal durchgespielt. Ich hab's geschafft, ein einziges Mal durchzuspielen. Hey, Uranus. Also um euch so mal ein bisschen zu teasern, ne. Aber sagt nicht weiter. Das ist noch top secret. Battleforge kenne ich. Das war dieses Kartenspiel, ne. Das Kartenspiel. Ähm, um euch ein bisschen zu teasern. Wir haben uns entschieden, den Monat... In... In... In Wochen aufzuteilen. Und jede Woche hat ein Motto. Es wird eine Challenge-Woche geben. Und die wir Challenge-Runs machen für verschiedene Spiele. Und es wird unter anderem ne Retro-Woche geben. Wo wir wahrscheinlich sowas spielen, geht in ne Richtung. Geht in ne Richtung. Ist noch nicht festgesetzt, die Spiele. Aber es wird sowas geben in ne Richtung von Arx Fatalis. Und Rune zum Beispiel, falls das noch jemand kennt. Gibt's auch Verkleidung. Inwiefern? Und die anderen beiden Wochen verrate ich noch nicht. Ja. In der Challenge-Woche machen wir einfach... Gothic-Challenge-Runs. In der Retro-Woche spielen wir so ein altes Rollenspiel. Spielen wir Gothic. Was? Nee. Äh. Kostüme sind mir zu anstrengend bei der Hitze. Vielleicht auch Jade Cocoon. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Wollte ich ins neue Lager? Ja, ich wollte... Ich wollte Laris Bescheid geben, dass wir die Liste abgegeben haben. Und wir können das Kraut verteilen von Balkagan. Ja, du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Die Bruderschaft? Ich bin Tal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin in Sandthorten, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Paparen wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Warum schicken sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen... Hatte du einen Multiplayer-Modus? Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Ja, ich hab Rune nie gespielt. Das ist wieder als so ein Blind Run. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut... Ja, das hab ich mitbekommen, Hüls. Das hab ich mitbekommen. Ich hab mein Kraut... Ich hab halt Rune und Arx Fatalis zum Beispiel nie gespielt. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie das Schlafens verlegt sind. Na, was geht? Bist du fertig mit letzten Sofersuchen? Noch nicht, okay. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. Oh, ich mag schnödes Erz. Rune, ja, hab ich wie gesagt nie gespielt. Auch Wheel of Time wollte ich mal reinschauen. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Arx Fatalis war doch gut Ronin. Das gilt als Meilenstein. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber raust, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Arx Fatalis ist Steuerung, echt zum Kotzen. Sagst du dem Typen, der Dark Souls ausschließlich mit Maus und das Tattoo spielt? Ich glaube, du predigst in der falschen Kirche, mein Freund. Hörst du etwas Sumpfkraut? Ich geb dir zehn Erz dafür. Hier, wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Hörst du etwas Sumpfkraut? Ich geb dir zehn Erz dafür. Hier, wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Was sind die Regeln für den Run? Naja, Billiarmagie only, also. Sonst haben wir eigentlich nicht groß Regeln. Keine Händler umhauen. Weil das mit umhauen eh schwierig wird mit der Billiarmagie. Wir könnten den Gegnern eine Rune an den Kopf werfen. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für zehn Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Ja, das, also Fallout 1 und 2, das ist so Spiele in diesem Artstyle. Die sind mir irgendwie, ich mag den, die sind mir zu retro. Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig erklären soll. Ich mag diesen Grafikstil nicht so gerne. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für zehn Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Das ist das, dieser Artstyle gefällt mir nicht. Da werde ich nicht warm. Mit. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Aber Texte, wenn ich das spielen wollen. Da ist die Schrift wenigstens hochauflösend, da. Ich habe ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind zehn Erz. Gib her. Wenn du mal wieder was hast, komm vorbei. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für zehn Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. So, ich weiß, ich mache damit vielleicht jetzt eine Kontroverse auf. Aber zum Beispiel die Simon the Sorcerer-Spiele. Teil eins und zwei. Die finde ich halt auch nicht so hübsch. Ich finde halt... Ja, Simon the Sorcerer 3D war dagegen halt schon ein Meilenstein. Simon spielt man auch nicht, weil er hübsch ist, sondern weil er witzig ist. Das ist wie bei mir, Xerox. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Ich nehme mal sicherheitshalber den Traumruf, damit wir vielleicht noch ein bisschen Erfahrung kriegen. Hilf mir, in der Bruderschaft aufgenommen zu werden. Ja, A Link to the Past fand ich zum Beispiel sehr schön. Und ich mag auch den Artstyle von so frühen PS1-Games. So Soul Reaver, J.Cocoon. Den Artstyle mögen ja viele auch nicht. Aber ich mag dieses klobige, so dieses Attacken-3-mäßige. Das liebe ich. Wenn du ihm das hier gibst, wird sich seine Zunge lösen. Oh, hat der eigentlich Belia-Magie? Zeig mir deine Waren, wie du wünschst. Ne, das ist nur Scheiß. Ich plane davon, ein YouTube-Video zu machen, ja. Jupp. Läuft jetzt ja mehr auf YouTube. Könnt gerne auf dem Let's Play-Kanal vorbeischauen. Würde mich freuen. Und auch auf dem VOD-Kanal. Würde mich freuen, wenn wir da auf dem VOD-Kanal die 1.000 Abonnenten vollkriegen. Und auf dem Let's Play-Kanal die 2.000. Ich habe Diego die Liste übergeben. Gut. Da geht's richtig ab. Und die Thumbnail aus dem Let's Play-Kanal, Alter. Also ich will mich nicht sehr... Ich hab mich heute schon selber gelobt, aber ich finde die schon ziemlich geil. Sie haben den Konvoi schon überfallen? Was ist mein Anteil bei der Sache? Geht's so gern. Er wird dir etwas geben. Ich finde, da habe ich mich schon sehr krass verbessert. Hast du meine schon gesehen, Hunter, die neuen auf meinem Display-Kanal? Hast du die schon gesehen? Wenn nicht, kannst du mal gucken und mich loben. Ja, das Spanner ist jetzt nicht so schön, aber nachher, das ist eher so... Das ist eher so zweckmäßig. Äh, wo ist ein Gorn? Gorn? Hallo? Gorn? Gorn? Wo steht denn Gorn? 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 Muss Gorn? 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 Moment. Ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Ich habe zwei Ideen. Ja, da muss man mal ordentlich ins Horn... Äh, ins Gorn blasen, äh, was? Oh, ein Raid! Ein Lied, Chat! Ein schönes Lied für die Raider! Äh, machen wir das hier? Das machen wir hier. Äh, machen wir doch hier. Ja. Hab's gleich. Bei dem Brunnen tief im Walde, nah beim alten Kelten schreien, habe ich sie schon oft betrachtet, sah ich sie im Mattenschein. Sie kommen lautlos, justemang in dem Moment, mit weder Tag noch Nacht, wenn Mond und Stern am Firmament. Es sind nur Schatten, manchmal tierisch, manchmal menschlicher Gestalt, manchmal durchaus furchteregend, mal von schöner Wohlgestalt. Sie streifen für den Bruchteil, für den kurzen Augenblick, durch unsere Welt und unser Leben, lassen eine Spur zurück. Zwischen allen Zeiten, zwischen Welten schlägt mein Herz. Himmelwärts Tanz dreimal im Sonnensinn, um die alte Städte hin, dritten Mal wird offen stehen, die anders Welt, du wirst sie sehen. Tanz dreimal im Sonnensinn, um die alte Städte hin, dritten Mal wird offen stehen, die anders Welt, du wirst sie sehen. Es ist die Idee von Farben und die Schönheit ihrer Welt, wie die Klänge eines Liedes hallen übers freie Feld. Es ist wie der Klang der Brandung, wie der Fels, in der sie bricht, die Natürlichkeit der Dinge, die Ursprünglichkeit, die spricht. Zwischen allen Zeiten, zwischen Welten schlägt mein Herz. Himmelwärts Tanz dreimal im Sonnensinn, um die alte Städte hin, dritten Mal wird offen stehen, die anders Welt, du wirst sie sehen. Tanz dreimal im Sonnensinn, um die alte Städte hin, dritten Mal wird offen stehen, die anders Welt, du wirst sie sehen. Tanz dreimal im Sonnensinn, um die alte Städte hin, dritten Mal wirst du sie sehen, komm mit, lass uns hinübergehen. Das war die Kantine-Band, wenn ihr Sorgenwünsche habt, ruft sie einfach. Den selben Song nochmal, ihr wollt doch nicht den selben Song, nein, nein, ihr müsst, ich weiß, das Meme, aber ich dachte jetzt eigentlich, jetzt kommt ein neues, ihr Pappnasen. Ihr seid ein paar Pappnasen. Kennt ihr eigentlich das hier? Betyder ein Morgen, innan solen und Brand, innan Voklarna borgade Schunga, bei der Rollet Friede, tillvager Ungers Sven, und Haden falskligger Tunga. Herr Mannelig, herr Mannelig, droh loven in mich, vor dir ja, bjuder Sorgena. Ich kann ein Veldsvår, ja, nendast ja, eller nej, om i Viljen, eller ej. So, vielen Dank für den Raid-Entwickler-WG. Was habt ihr denn schönes gestrimmt? Was gab's denn schönes? Äh, Caro, vielen Dank für das Sub-Gift an Entwickler-WG, Dr. Balken und Ben Corner, vielen Dank für die Follows, der Ragepanda, vielen Dank für deinen Prime-Sub, danke für 15 Monate Treue, und The Last-Retro-Fan. Vielen Dank für die 10 Sub-Gifts, holy shit, dankeschön. Vielen, vielen Dank, dankeschön. Was geht ab? Vielen, vielen Dank, dankeschön. Oh, was ist denn jetzt los? Ben Corner, vielen Dank für weitere 10 Sub-Gifts, holy shit, dankeschön. Sie kamen, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dankeschön. Wir haben einfach den Hype-Train, Stufe 4, holy shit, dankeschön, vielen, vielen Dank. Ehre. Vielen, vielen Dank, Leute, dankeschön, aber wir haben doch noch gar nicht September. Wir haben doch noch gar nicht, ihr habt mich so abgelenkt, ich will wo ganz anders hin. Ich will wo ganz anders hin, goddammit. Ihr habt mich komplett durcheinander gebracht. Scheiße. Ich will doch dahin. haben wir brauchen mehr Nasen. Heia, 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 fuio. Mi, 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 mi. Ja, Hundert, hast du dir jetzt schon die Thumbnails angeguckt? Wo ist das Lob? Was, was ist da los? Viel, vielen Dank, denkeschön. Ah, ich wollte nach Gorn gucken, ne? Shit, ich wollte nach Gorn gucken. Ich hab doch natürlich geschrieben. Ne, Gott steht hier nicht rum, dann ist Gorn wahrscheinlich beim Kloster, ne? Holy shit, jetzt aber, Faultier. Vielen, vielen lieben Dank für die fünf Subgifts und Stark Starkstonius, ich weiß nicht, ob ich deinen Namen richtig ausgesprochen hab, auch dir vielen, vielen lieben Dank für die fünf Subgifts. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Ey, Ben, Alter, Ben Corner, what the fuck? Was geht denn jetzt ab? What the fuck? Wir brauchen mehr Nasen. Das. Holy shit. Ben Corner, vielen, vielen lieben Dank für zehn weitere Subgifts. Dankeschön. Wir brauchen mehr Nasen. Ben Corner, wenn du gerade als Geisel gefangen, festgehalten wirst, dann schick nochmal zehn Subgifts. Eine weitere Pappnase schwirrt. Du weißt, ach, ach, vielen, vielen lieben Dank, Ben Corner. Dankeschön. Dankeschön. Nein. Wow. Oh, wow. Wow. Jetzt hat doch einen Dachschaden. Wow. Vielen, vielen lieben Dank für die 30 Subgifts. Ich grüße. Dankeschön. Wir sind die Zeugen einer Entführung. geistige Kraft zu stärken oder wir brauchen mehr Nasen. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Und ich weiß gar nicht, Last-Furrito-Fan, habe ich das gesehen? Vielen lieben Dank für deinen Subgifts. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Der Nasenspeicher ist voll. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr habt alle einen Dachschaden. Wisst ihr das? Ja, ja, beruhig dich mal. Du zur Seite. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Ich habe nur noch Nasen gedacht. Okay, jetzt kann der Run losgehen. Ich glaube, wir können Dämonen beschwören. Wir müssten jetzt Dämonen beschwören können. was ja Belia-Magie ist. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie gut Dämonen so insgesamt sind. Wir werden es rausfinden. Schauen wir mal. Alter Lupus. Wir haben noch keinen September. Leute, wir... Lupus, vielen Dank für zehn weitere Subgifts. Du hast da drin... What the fuck? Gute Nacht, Cesaro. Wir brauchen mehr Nasen für die Maßenbanden. Er rief und sie kamen. Sogar die... Im September gab es dann halt nichts. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Wir machen uns einen eigenen September mit Blackjack und Lutten. Level 10 Hype-Chain. Alter. What the fuck? Dann kann ich mir... Dann kann ich mir... Dann kann ich mir doch das Amulett aus Gold kaufen. Oder ich kann meine Cutter bezahlen für YouTube. Hm. Schwierige Entscheidung. Schwierige Entscheidung. Sogar die Pappnasen. Wir brauchen mehr Nasen. Ja. Ich bin auch fürs Amulett. Ja. Chat ist auch fürs Amulett. Der Nasenspeicher ist voll, Milord. Oder wir könnten uns einen vergoldenen Cutter holen. Hm. Auch nicht schlecht. Wir brauchen mehr Nasen. Wir wollen vielen lieben Dank für ein Jahr Treue. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Wir brauchen mehr Nasen. Nee. Dafür reicht es leider noch nicht. Nope. Ich versuche mir gerade auf YouTube größeres Publikum aufzubauen. Und da auch ein bisschen bisschen auch anderen Content zu bringen. Läuft bisher ganz gut. So der erste Enclave Part hat glaube ich über 1000 Aufrufe. Ihr glaubt gar nicht wie happy ich war auf dem Let's Play Kanal. Ich war ich war mega mega scheiße happy als ich das gesehen hab dass der über 1000 Aufrufe bekommen hat. Die anderen Parts werden werden nicht die anderen Parts werden nicht so gut laufen. Das da bild ich mir gar nicht ein aber ich war sehr happy. Ich war happy der Hase ja. Du siehst ein bisschen aus wie ein junger Religionslehrer. Wir brauchen mehr Nasen. Danke? Der Nasenspeicher ist voll, Milord. Wegen der Gitarre? Das wird ja überhaupt nicht ätzend. Ja YouTube läuft langsam ja also ich muss den Hauptkanal noch ein bisschen strukturierter machen ähm aber das kriegen wir schon hin. Wir brauchen mehr Nasen aber Larion ja wir brauchen definitiv mehr Nasen Er rief und sie gut da ist ein Scavenger ja Fass Läuft bisher Wie lange gehen denn diese scheiß Alerts noch? Was habt ihr wieder angestellt? Du hast mein Schwert meine Axt und meine Nase Ach da oben ist er Äh Rare Alerts gibt es nur beim Follow Pinnacle Rare Alerts gibt es nur beim Follow Ah wir sind gerade durch Furo Fox Furo Fox Fist Zwei Subgifts Dankeschön Vielen vielen lieben Dank Dankeschön Hast du schon mal einen Geldlosen Run versucht? Wie sollte der in Gothic 1 aussehen? Der ist doch relativ langweilig wenn man einfach alles tauschen kann oder? Pipe Train Level 10 Alter Leute ihr seid ihr habt doch einen Sachschaden äh Dachschaden äh Lachschaden Tut tut Ähm Okay ein Dämon greift keine Orks an das ist gut zu wissen Das ist doch der Natur Turburschen Run so chill das hatten wir quasi schon Oh ich hänge fest das ist schlecht Okay gegen die Orks haben wir ein bisschen Problem im Dämon Das wusste ich auch nicht dass der Dämon keine Orks angreift Das wusste ich ja gar nicht Der greift die wahrscheinlich erst an wenn er wenn mich der Ork haut ne Das können wir uns aber nicht leisten ohne Rüstung Hm Das ist natürlich jetzt ungünstig Hat die Stärke gelevelt Glaub schon Ja Das muss man bezahlen Nein In Gothic Vanilla kostet das kein Erz Das erinnert mich ein bisschen an Hobby In Feuermagiern kann ich beitreten Ja klar werde ich auch machen damit wir dann Schwarzma Schwarz Schwarzmagier werden können Ja das könnte jetzt ein Problem werden Da kommt keine Kanten runter Ach die Wegfindung Ich liebe es Komm schon Komm schon Oh ich liebe die Wegfindung Okay wir werden jetzt relativ viel mit Beschwörungen machen habe ich das Gefühl Ich meine wir kriegen Levels I guess Ja der Dämon hat Flügel Das ist halt auch super Gute Nacht Pinnacle Danke dir fürs dabei sein Löschen wir das alte Lager aus Können wir Ich glaube der haut auch Coverloin um Ja Aber so gemein wären wir ja niemals Also Irgendwie schon frech Der Dämon kloppt Nase kennt sich die Erfahrung Bruder muss los Er hat gekündigt Ja Christian Entwickler von Trova will dir 5 Euro geben damit du die Trova Demo spielst Ähm Ich habe die schon mal on stream gespielt Ich glaube sogar schon zweimal Aber die 5 Euro nehme ich gern Ja also wo 5 Euro Wo Geld So viel Geld Kannst du doch gar nicht umgehen Das stimmt So ich überlege gerade noch Wo können wir denn mit dem Golem gut Äh Quatsch Mit dem Golem Alter Mit dem Dämon gut trainieren Wo können wir denn Gutes hin 5 Euro 5 Euro reichen nicht mal mehr für den Döner Ähm Also bei uns in der Umgebung schon Hab das letztens schon mal erzählt Ich kriege immer noch meinen Döner Einen kleinen Döner kriege ich für 4,50 Und ein größerer Für Ähm Hier schieß mich tot Einen großen Für 5,50 Oder so Und der ist echt gut 5 Euro Das ist ja mein Monatsgehalt Toll Jetzt hab ich Bock auf Döner Super gemacht Chat Auch ihr seid stolz Auf euch Nimmst du auch Donations Ich hab einen Donation Link Unterm Screen Ja Für den nächsten Wünsch dir was Woche werde ich Das hab ich mit euch Ja schon mal besprochen Für die nächste Wünsch dir was Woche Werden wir auch Einen Donation Und keinen Subgoal Mehr machen Weil das Subgoal Extrem blöd Zu rechnen ist Auf Twitch Das ist eine Katastrophe Ich hatte kurz die Angst Dass er ins alte Lager Reingeht In dem Wald Können wir glaube ich Gut mit dem Demo Trainieren Wenn er nicht An jedem zweiten Baum Festhängen wird Nice Das Level Up Fühlt sich verdient an Richtig gut Die Dämonen Kai ist aber auch nicht die schlauste Das fühlt sich grad eher an Wie ein Pokémon Spiel Los Dämon Setze Clown Attacke an Der ist stark Der muss nicht schlau sein Dunkelklau und Feuerhieb Dunkelklau und Feuerhieb Was lohnt sich denn für uns Was lohnt sich denn für unseren Belia Run Mana und Magiekreise Theoretisch Sonst brauchen wir ja Sonst brauchen wir ja nix Oder haben wir hier noch was Brauchen wir eigentlich alles nicht Schöne ist wir können uns auch Amulette und Ringe anlegen Die uns dann Rüstungsschutz geben Dann sind wir nicht gleich immer direkt tot Hätte vielleicht Tiere ausnehmen sollen Lernen sollen Für die Moneten hier Das wäre vielleicht smart gewesen Oder Komm nicht ins alte Lager rennen Mit dem Dämon Ich lerne mal kurz Tiere ausnehmen Oh was Das kostet auch Erz Shit Tiere ausnehmen kostet ja Erz Da habe ich nicht Glück Da habe ich jetzt nicht nachgedacht Ja ich würde sagen Das ist eine Patzsituation Gute Nacht Juju Danke dir fürs dabei sein Schlaf schön Das ist ein sogenannter Blutfliegen-Dämonenbaum Wird für göttliche Anbetungen benutzt Im 17. Jahrhundertsten charistischen Mittelalter Vor allem von Belia und von Schläferanhängern Um die geistreichen Ströme der Sternbilder zu kanalisieren Das klang schon ziemlich krass schlau ne Schlauer als der Dämon auf jeden Fall Ich hätte dir fast gekriegt Oh Ja okay Das ist doch jetzt Käse Ich hatte kurz Angst Dass der Dämon mich hauen will Sau Wann gibt es Triple No Hit Feature Bei Rocket Beans Na sobald Sobald die mal einen Timeslot Für mich frei haben Däderlos Kannst du da nicht was regeln Kannst du da was klar machen Oh Es ist die Blutfliege unten Nice Perfekt Mal Easy peasy Ja ich überlege gerade Wie ich jetzt nochmal an Gold komme Ich könnte noch die Schmiede-Rohlinge aus der Schmiede mobsen Da hätte ich nochmal ein bisschen Geld Ja in 48 Stunden Timeslot Ja let's go Ja der Dämon backt leider sehr rum Das wird in Höhlen auch extrem interessant In Höhlen Dämonen und Höhlen mögen sich nicht Ah ich hätte Ich war ja dumm Warum habe ich Carl Lombs Rezept eigentlich nicht mitgenommen Ich voll depp Als ich im 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 Ich bin doch ein Idiot Ich mache schon wieder so Anfängerfehler Ja zu chill Das ist mir leider zu spät eingefallen Aber jetzt habe ich kein Gold Um das Zeug zu leeren Beziehungsweise kein Erz aktuell Ich habe keine Moneten Der backt nicht rum Der ist halt einfach nicht so gut Fair enough Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung Ne Einsicht war doch so ein Lied aus den 80er 90ern Einsicht Nachsicht Oder sowas Gab es da nicht einen Song Wenn du das sagst Der Dämon hat auch nicht so Bock Ne ich glaube Ich glaube der kriegt Kriegt nur Mindestlohn Wo fliegt der denn jetzt schon wieder hin Ach da ist ein Mole Rat Okay Ne ist Ist auch okay Ist es Ach mach doch was du willst Ich gehe in Sumpflager Fuck it Das ist doch Das ist doch das Quatsch hier Stimmt ist gelieft Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch Ausbruchrollen Usen müssen Spawnt der Magier beim ersten Mal Oder erst wenn man alle Chromanien abgegeben hat Ich kann es mir nie merken ob der Magier Gleich von Beginn spawnt Oder erst wenn man das Chromanien abgegeben hat Am Anfang ist schon einer da Okay Probieren wir Die Frage ist halt greift ein Dämon Skelette an Das ist da The order question Ja ja War doch schon da Halt die Klappe Ich kann kurz den Traumruf abgeben Das bringt auch nochmal Erfahrungspunkte Und dann kann ich mit Dexter quatschen Äh Quatsch das Rezept für Dexter holen Mein Gehirn funktioniert heute nicht richtig Ich hab noch keinen Proteinriegel Quack Quack Timetrain hat dich verändert Alle sagen das Ihr seid mir ein paar Pappnasen ey Wann wachst du auf? Was war denn das? Ich hatte eine Vision Es war unglaublich Ich habe gesehen Dass wir einen neuen Bruder bekommen Der nicht ist wie die die vor ihm kamen Er macht irgendwas mit uns Er hat ein Schwert in der Hand Und steigt eine breite Treppe herunter Entschuldigung ich verstehe dich nicht Die Frösche quaken so laut Was willst du hier? Ich bin nur ein bescheidener Quack Geh zu Chor Kalom Er soll sich weiter mit ihr befassen Quack Quack Hey du Raus aus meiner Küche Können wir jetzt eigentlich Whistler Das Schwert noch geben Auch wenn wir ein bisschen Wenn wir ein bisschen hinten dran hängen So Oder ist er jetzt sauer auf uns? Ich weiß das gar nicht mehr Ob das so einfach geht So ein Schwert wird ja nicht schlecht I mean So schnell ist keiner nirgendwo Hält die Spidi Jossik Mutzmonat Ne Wir haben zwar Wir haben zwar eine Muttmod Aber die haben wir schon mal gespielt Einmal reicht auch Ein Strang der Geschwindigkeit Beja Magie Ja Ja In so einem Strang der Geschwindigkeit Sind kleine zermahlene Dämonen Das weiß Das weiß halt wieder keiner Kommt ins Fack Spagat 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 Ziemlich viele hin und her gelaufen Hier wieder in dem Run Gut dass wir am Anfang nachgedacht haben Und den Run gut durchgeplant haben Bin ich sehr stolz auf uns So geben wir mal das Rezept ab Ich hab das Rezept das du wolltest Sehr gut Zeig her Ich hab dich auch lieb Dark Gut Jetzt kann ich die Tränke selber erlangen Bist ein guter Mann Werde Diego von der Sache erzählen Hier Nimm das Für deine Mühe Dankeschön Naja gut Dann kaufen wir das Schwert Und dann hoffen wir das Ähm Hier Whistler uns nicht so böse ist Ich will ein Schwert kaufen Aber nicht so ein einfaches Ding Was mit Ornamenten wäre schön Ich hab da eins Das dir gefallen könnte Der Schatten der es abholen sollte Kommt nicht mehr Ha 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 Kostet 110 Erz Willkommen in der Nasenbande Mein Freund Nimm einen Hi Lord Rodeo Vielen Dank für 8 Monate Gibt's ein neues Only Run Video Demnächst ja Aber tatsächlich Keins über Gothic Also das nächste wird Wird kein Gothic Video Gibt's gemacht Hey Whistler ich hab dein Ich hab dein Schwert Da bist du ja Wolltest mit meinem Erz Durchbrennen Was Komm her Bürschchen Lass dich hier nie mehr blicken Willst du dich nochmal mit mir anlegen Schade Schade Ähm Was bringt der Erz Brockentrop Ich wollt Nicht dass er mir mein Erz klaut Falls er mich umhaut Hey Joscha Ja minus 110 Erz Ja minus 110 Erz Wir haben's doch Wir haben's doch Wir sind doch rich Dann machen wir zumindest mal die Quest mit Sly Und dann müssen wir überlegen was wir machen um dem alten Lager beizutreten Das wird nämlich schwierig Das wird nämlich blöd Fingers können wir da noch was machen Und in der Arena Ja wird schwierig Müssen wir mal gucken Du hast was zu tun für mich Um was geht's Einer unserer Gardisten ist verschwunden Er heißt Neck Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein Du bist neu hier und kommst viel rum Also halt die Augen auf Wenn du ihn findest Liege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein Ich werde sehen ob ich ihn finde Ja von Karim können wir uns verprügeln lassen Er hat sein Viertel übernommen Seit Neck verschwunden ist Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Wisst ihr aus dem Kopf welche Gardisten und Schattenpunkte bringen? Ich hab Neck gefunden Gut Hast du dafür Beweise? Ich hab ein Amulett bei ihm gefunden Hier Genau um dieses Amulett Das müsste Sly sein Sechster Whistler Du hättest auf die Idee kommen können Das Amulett zu behalten Aber du hast die richtige Entscheidung Fingers Wenn Diego mich nach dir fragt Werde ich dir meine Stimme geben Das sind fünf ne Sich verprügeln lassen zählt Zählt Torus auch Ich dachte immer Torus zählt nicht Ich dachte Torus zählt nicht Ich weiß es nicht Leute Ich bin mir nicht ganz sicher Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten Er ist der geschickteste von uns Wenn du die Augen aufhältst Wirst du noch andere Leute finden Die dir etwas beibringen können Wo finde ich diesen Fingers? Ich meine Torus zählt nicht Weil er ein Gardist ist Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher Ich würde es nicht beschwören Mach's gut Ja Gossik hat ne durchdachte Welt So schön an Matt vorbeilaufen Ich glaub Snuff bringt auch nichts Dass es da weiter geht Ach Whistler gibt trotzdem Punkte Bei Misserfolg What? Warum? Und Fisk gibt plus fünf Was muss man denn für Fisk machen? Du würdest nicht zufällig bei Diego Ein gutes Wort für mich einlegen Kommt drauf an Wenn du zeigst Dass du als Dieb was gelernt hast Könnten wir dich schon brauchen Wie soll ich das machen? Ah neuer Healer für Fisk Wenn Mordtrag weg ist I see Okay dann machen wir mal kurz Mathe Ob wir zu den 16 Punkten kommen Oder im öffnen Zu zwei Dann Sly haben wir 6 Sechster haben wir 11 Von Karim haben wir 13 Finger ist 16 Müsst genau reichen Müsst genau reichen Sag das doch gleich Gute Nacht Toni Ja ich glaube das alte Lager hat als einziges auch das Punktes System Der Weg des Diebes Für dich viel versprechender Wie es der Zufall so will Bin ich der beste Dieb im ganzen alten Lager Die Bals funktionieren ja einfach nach dem Bals System Was kannst du mir beibringen? Von dem neuen Lager weiß ich gar nicht Wie es berechnet wird Äh weißt du was Ich mach einfach Schlösser öffnen Dann bricht der Dietrich nicht so oft ab Wie werde ich besser im Knacken von Schlössern? Das willst du gerne wissen Das willst du gerne wissen Mein guter Freund Du musst vor allem darauf achten Dass dir dein Dietrich nicht abbricht Wenn du in Zukunft mit weniger Gewalt an die Sache rangehst Wirst du merken Dass du weniger Dietrich Aber hat das Das neue Lager nicht irgendwie nur 4 Quests oder so? Das neue Lager hat auch kaum Quests Das hat die Bedarfsliste holen Ach sie abgeben zählt extra Sie abgeben zählt extra als Punkt Wow Okay Das ist aber schon ein bisschen billig Das Erz von den Novizen und der Ring Was zählt denn alles unter Billia Magie? Alle Spruchrollen und Zauber die einen lila Punkt haben Ich bin neu hier Wer bist du? Ich bin Karin Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden Sonst hättest du schon von mir gehört Ich bin der beste Kämpfer Den dieses dreckige Lager je gesehen hat Ich fordere dich heraus Lass es uns in der Arena austragen Du? Ja du? Ich fress dich zum Frühstück Kleiner Tu dir selber einen Gefallen Und mach dass du wegkommst Damit du ungeschoren davon kommst Du feiges Schwein Fällt dir nichts besseres ein Kleiner? Du bist doch nur hier Damit du meine Chance bekommst Gomez in den Arsch zu kriechen Er hat Gomez gesagt Du Wurm Du weißt gar nichts über uns Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße Und im Übrigen Gibt es nur einen Grund Warum ich hier bin Damit ich klug scheißern wie dir Das Hirn aus dem Schädel prügeln kann Es wird mir ein Vergnügen sein Das bei dir zu tun Dein Schicksal erwartet dich in der Arena Let's go Schmerzen sind eine Frage des Willens Hi Alex Ich hab mein Erz auch sehr gut versteckt Muss man Karim lassen Das konnte er jetzt nicht sehen Ich bin gegen Karim angetreten Er hat dir ganz schön in den Arsch getreten Trotzdem hast du dir den richtigen Gegner gewählt Ich kann diese Bastarde aus dem neuen Lager nicht ausstehen Scheint dir ja genauso zu gehen So jemanden können wir hier brauchen Ich bin schon ziemlich krass Äh, kross Äh Ich bin die krasse Krabbe Die, äh, die, die große Krasse Ist da eine große Krabbe? Nein, hier ist Patrick So, jetzt müsst's doch laut unserer Rechnung eigentlich reichen, oder? Für die Aufnahmen im alten Lager Theoretisch Theoretisch Äh Äh Oh, das sieht gut aus Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet Und? Sketti hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest Aber, dass du den Mumm gehabt hast, gegen Karim anzutreten Achso, das ist meine Playlist Die läuft einfach im Hintergrund Ich hab mit Whistler geredet Du bist mit seinem Erz durchgebrannt, du gerissener Hund Ich muss schon sagen, Mut hast du ja Haha, ist ja geil Karl hat mir erzählt, du hast Neck gefunden Hab ich auch noch nicht gehört, den Dialog Fingers sagt, du hättest was gelernt Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden Hast du überhaupt gelernt Hast es tatsächlich geschafft, Karl, um das Rezept abzuluxen Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen Und die Prüfung des Vertrauens hast du auch bestanden Geh zu Torus Ich hab ihm schon alles erzählt Er wird dich zu Gommes lassen Nice Mach's gut Let's go Jaja, den Dialog kenn ich aber, Larion Aber ich wusste halt nicht, dass es dann trotzdem zählt Diego sagt, ich bin bereit für Gommes Das entscheide immer noch ich Und wie lautet deine Entscheidung? Du hast wohl die meisten Sachen gut gemacht So viel muss man sagen Gut Du kannst zu Gommes gehen Ja, nenn mich Nenn mich Kratos Äh, Krastos Bist du auf dich allein gestellt, Kleiner Halt! Entspann dich Ich hab mit Torus geredet Ich kann rein Ich werd mir deine Visage merken Wenn du Ärger machst, bist du dran Den Magierbrief gelesen? Nee, bringt der was? Bringt der was? Keine Ahnung Das ist mein erstes Mal Gothic Ich kenn mich noch nicht so aus Achso, du meinst den anderen Dialog Ja, den, den kenn ich Bisschen Erz Nice Äh, wir nehmen das Elixier des Geistes, oder? Macht am meisten Sinn Ich halte mich da lieber raus Bei Torus Ich suche den obersten Magier des Feuers Sonst brauchen wir ja nix Was willst du von ihm? Nö, das juckt's doch nicht, nö Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier Bist du ein Bote aus der Außenwelt? Die, die KI sind, äh Gothic Ich finde das immer so lustig Die, die Erinnerungen an Gothic 1 und 2 Verschwimmen immer so ein bisschen Hier ist er Wenn man denkt, dass die KI so agiert wie in Gothic 2 Tut sie aber nicht Ja, es gibt auch einen anderen Dialog Auch wenn man zu gierig ist Ja Hm Xardas, habe ich jetzt noch nie gehört Er sagte Er will auf seine Art herausfinden Was mit der Barriere nicht stimmt Warte hier Ich bin gleich wieder da Das ist dann der Krass-Tass Was ist denn heute los mit mir? Mit diesen Krass-Witzen Irgendwas komisches gegessen, glaube ich Ich hatte Hühnchen mit Kartoffelsalat Witz Warum die Anführungszeichen? Erklär mal Choristo schickt mich Ich habe den Brief übergeben Und soll meine Belohnung selber wählen Du hast uns einen großen Dienst erwiesen Und sollst deine Belohnung erhalten Wähle mit Bedacht Nojo Ich will den Trank Hi Happy Guardsman Du hast das kostbarste Geschenk von allen gewählt Ein krasses, äh Krosses Hühnchen mit Kartoffelsalat Und deine Macht wird wachsen Ich hätte eigentlich Bock auf Asiatisch Aber der Asiater wird zu Ich grüße dich Magier Innos Wache über dich Ich handle mit magischem Wissen Und dann habe ich mir halt doch ein Hühnchen geholt Ich möchte Schriften über Magie erwerben Gunde mal Warum hat Warum ist Licht Belia Magie? Warum? The fuck Okay I guess Hat er eigentlich Erz? Weil sonst lohnt sich das Handeln nicht Licht ist eigentlich gelb Sagt wer Mondgesänge? Wir haben doch schon bewiesen Dass Mondgesänge keine Ahnung hat Witzel Frag das doch mal Torus Werde ich Wenn du gelogen hast Bist du tot Soll das heißen Ich kann jetzt reingehen? Ja geh schon Was kann ich für dich tun? Wir hatten doch schon etabliert Dass Mondgesänge keine Chance Gegen mein allwissendes Wissen hat Ich will zu Gomez Torus sagt Ich soll als Schatten aufgenommen werden Wir sind immer auf der Suche Du scheinst mir nicht auf den Kopf gefallen zu sein Du könntest es hier zu was bringen Ich werde dich zu Gomez führen Folge mir Und Fass nichts an Ich werde uns noch alles anfassen Dort hinten ist Gomez Wenn du ihm keinen Respekt zeigst Werde ich dir persönlich welchen beibringen Ist das klar? Man muss eben aufpassen Übrigens Dass wir Gomez für dumm halten Zeigt ihm Dass wir ihn für dumm halten Und das zeigt ihm Dass wir ihn für dumm halten Ich finde das ist immer noch mein bestes Video Ich bin gekommen um dir meine Dienste anzubieten Warum denkst du Dass wir an deinen Diensten interessiert sind? Das ist nun wirklich nicht mein Problem Ich bin viel in der Kolonie rumgekommen Und hab gute Kontakte in allen Lageren Das ist wirklich so Danke, Danke, Gate Ich nehme das trotzdem als Kompliment Zudem hast du Kontakte Ich halte mich da lieber raus Ich hab da meine Frau Ne, Monster schrumpfen kann ich Kann ich nicht verwenden Äh Zu Korkalom Und? Und? Zu einigen Bals aus dem Lager der Bruderschaft Und? Das war nicht besonders schlau Zu Laris Und? Und? Zu einigen Helern im neuen Lager Und? Und? Das waren alle wichtigen Das wäre halt sinnvoll Wenn man die Dialoge Erst auswählen kann Wenn man auch wirklich Mit den Leuten gesprochen hat Heißt, dass ich bin dabei? Genau das Monster schrumpfen ist Äh, 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 äh Beliarmagie Äh Quatsch Äh, 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 äh Falsche Aussage Schläfer-Magie Hallo Hallo Gomez sagt, ich bin dabei Gut, du kannst dich gleich bei deinem ersten Auftrag bewähren, wenn deine Verbindungen wirklich so gut sind, wie du Start mal die Nase neu her Solltest du keine Probleme damit haben Plopp Was soll ich für dich erledigen? Wir stehen mit der Bruderschaft in Handelskontakt Das bedeutet nicht, dass wir ihnen unbedingt vertrauen. Mach dich auf den Weg in den Sumpf. Wenn du dort im Lager bist, halte die Ohren auf Alles, was du erfährst, kann für uns nützlich sein. Und je mehr du erfährst desto besser Das Ganze erfordert ein gewisses Feingefühl Du weißt, was ich meine Bleib ruhig. Ich werde die Ich werde fast gar nicht wehtun Ich wusste, dass du fischst Wo bekomme ich bessere Ausrüstung her Nee, die Diskussion hatten wir heute schon, Lord Rodeo Das funktioniert so nicht Okay, let's go Jetzt haben wir mal zumindest eine Rüstung Gute Nacht, Lichtdrache Danke dir fürs dabei sein Schlafschuh Für Gomez Für Gomez Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen Ich konnte es voll gut nachsprechen Ich könnte den Almanach verkaufen Ich hab noch nicht so viel Zeug, ne? Was ich verkaufen kann, merk ich grad Du bist ein bisschen arm dran Oh, wa-wa-wa-wa-was? Wieso ist der rostige Zweihänder 1480 Gold wert? Tch Excuse-moi What? Tch Haha Warum? Wieso? Haha Fuck Sammlerstück, ja Okay, äh Jetzt, ich lerne nicht mal Tiere ausweiten Damit wir auch genug Gold bekommen Einniet Moneten Für Gomez Mach's gut Okay, dann lernen wir mal Tiere ausweiten Kriegen wir alles hinzertun, Corgi Haben wir alles schon mal geschafft, werden wir noch mal schaffen Wirst du denn auch Lehrling bei Bospa? Nun An diesem Nebelturm Wollten wir ja eigentlich auch nicht Ausweiten Oder ausweiten Why not both? Umfahren oder umfahren? Äh, bringt Trax das bei? Oder Redford? Viel Spaß, Fünftforst Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen Aber alles hat seinen Preis Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier Boah, ich hoffe, ich hab Bier dabei Hab ich Bier dabei? Hier, nehmen wir ein Bier und erzähl mir was übers Jagen Scavenger So nennen wir die großen Vögel Greift man am besten einzeln an Scavengers Einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen Wenn es dich zuerst trifft Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft So könnte man eigentlich auch den No-Hit-Run erklären, finde ich gerade Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge Aber das wird dich mehr kursen Warum hab ich das nicht im No-Hit-Run eingeblendet, dich Idiot? Wenn du weißt, wie Kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen Ja, let's go Worauf muss ich beim Häuten von Reptilien achten? Die einzigen Reptilien, die dafür geeignet sind, sind der Lurker und der Seine Zähne Hey, die Rübe! Vielen, vielen Dank für deinen Primeshop, Dankeschön Hi, Hinkie, grüß dich Krall erstmalig eingeschaltet Ich liebe Gothic und liebe es, dass das andere auch heute noch so geht Gothic ist mega Ich mag aber allgemein die Spiele aus der Zeit Immer noch großer Retro-Fan Immer von vorne nach hinten Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem Fälle sind sehr wertvoll Sehr wertvoll Das Fälle von Breiten oder Schattenläufern eignet sich zum Herstellen von Kleidung Du wirst merken, ob ein erlegtes Tier ein brauchbares Fell hat, wenn du es untersuchst Kossiges Retro, ich bin alt Wie komme ich an die Zähne? Du musst vor allem darauf achten, dass die Zähne nicht splittern Um das zu verhindern, musst du dein Messer in der Mitte des Zahns ansetzen und vorsichtig hebeln Zähne kannst du von Wölfen, Schattenläufern oder Snappern nehmen Oh, dann haben wir schon alles, sehr gut Ne, ich habe jetzt gerade keinen Bock auf dich Ich bin froh, dich mal live zu sehen Ich bin relativ oft live So schwer ist es eigentlich nicht Ja, Rizal Macht zur Zeit Bock Bin auch mega zufrieden mit meinen geilen Thumbnails Habe ich die heute schon erwähnt? Die geilen Thumbnails auf meinem Let's Play Kanal? Weiß ich noch gar nicht Habe ich die? Ich sage es einfach Ich sage es einfach mal Falls ich es noch nicht erwähnt habe Freelancer kenne ich natürlich Ja, auch eins meiner Lieblingsspiele Habe ich auch nie durchgespielt Es hat gerade aufgehört zu regnen Wollte mich eigentlich gerade hinlegen Gut Dann gehe ich jetzt mal tatsächlich zum Nebelturm Ich will das mit dem Skelett Magier testen Let's go for science Am besten Kanal, der nur aus Thumbnails besteht Let's go Ja, Freelancer war schon geil Hätte ich auch mal Bock zu streamen Aber ich bin mir unsicher Ob sich das als Streamingprojekt so richtig eignet Wisst ihr was ich meine? Eine weitere Nase nimmt an den Abenteuern Pinky, vielen lieben Dank für den Follow Herzlich Willkommen Dankeschön Die kamen nicht auf Gothic Aber im guten Sinne Ich finde aber gerade bei Gothic 3 Dem ersten Da erkennt man den Helden schon sehr gut Finde ich Ich finde da kann man dann sehr gut raus Rausgucken Das wirkt halt wie so eine Konzeptart Das lief gut Wann habe ich das alles gespeichert? Hier Ja, müssen wir mal gucken Freelancer Bin mir halt unsicher Weil das ist schon ein recht komplexes Spiel Wenn man sich so ein bisschen reinfuchsen will Zu gut meinten sie Ja Mir gefallen die Thumbnails aber ganz gut Die von Enclave sind mir auch gut gelungen Mit Arcolos Mit den Thumbnails Bin ich nicht hundertprozentig zufrieden Und im Moment hänge ich an der Designidee für Für Soul Reaver Aber mir kommt da keine gute Idee Wie ich das umsetzen könnte Dass die Soul Reaver Thumbnails geil aussehen Fatelands ist mir lieber Also Ja ich stream einfach Star Citizen Wenn es rauskommt Easy Die Höhle war rechts vom Nebelturm Schauen wir nochmal die Höhle Das sind auch mal meine Thumbnails angeguckt Ja Klar Ich habe sie auf jeden Fall schon mal gesehen Ich war schon mal auf deinem YouTube Kanal Die Höhle war rechts Die Höhle war rechts Ich habe mir Baldus Gate angesehen Ist aber kein Spiel für mich Für einen Stream Weil es nur englische Sprachausgabe hat Und halt relativ viel Text hat Deswegen ist das Ist das nichts für mich Bestimmt Spiel des Jahres Wie zum Fick bin ich da gestorben Gut dass ich gespeichert habe Bestimmt für einige Spiel des Jahres Aber reizt mich jetzt nicht Ja der Lord kann so gut Bewunderung zeigen Ui Toll Nicht geschimpft ist Lob genug So sieht's aus Ne das seh ich nicht Rizal Die sind mir meistens mit unnötigem Scheiß Vollgestopft Welchen Mods ich spiele Eigentlich nur mit Grafikbord Sonst ist Vanilla Challenge Runs spiele ich immer Vanilla Oh Gott das sind ja schon die ersten Skelette Fuck Ich wusste nicht dass die so früh kommen Ist ja eigentlich mal aufgefallen Wie lange ich dich geschimpft habe Ne Loot Mode ist auch deaktiviert Ich teile sogar einen Schlag aus Das ist nicht schlecht Durchgespeichert Willkommen in der Gemeinschaft der Nasen Dracoloss Vielen Dank für den Follow Herzlich Willkommen Dankeschön Ja Plasphemus will ich unbedingt noch streamen Drac Das ist das Ich will ein Streaming Projekt Ich schiebe das dieses Jahr noch irgendwo rein Ich weiß da noch nicht wo Aber Aber ich will unbedingt Plasphemus 2 noch streamen Eigentlich sogar noch den ersten Teil Das wird doch nix hier Okay das wird jetzt interessant Reinziehen Ja keine Ahnung Ich habe so Bock auf die Auf die beiden Spiele Konzentrieren Sie sich doch mal Aber ich weiß halt echt nicht Wie ich es Bewerkstelligen soll Ey Was hat denn der für eine Reichweite Ey Ist der Kronko da was Hotkey Heal geht nur in Gothic 2 Es geht bestimmt auch in Gothic 1 Mit irgendwelchen Mods Jetzt ganz neuem Repertoire Haben wir auch die unsichtbaren Dämonen Die sind ziemlich cool Die sieht man nämlich nicht So ähnlich wie unsichtbares Eis Ist auch ganz geil See of Thieves gespielt noch nicht Ich wollte es mal mit Ditto spielen Aber ich wollte schon so viel Das war eine coole Quest Das war eine coole Quest Gute Nacht Pitchi Dankeschön fürs dabei sein Ich hänge ja im Gebälk fest Ja jetzt habe ich den Drang der Geschwindigkeit Nicht mehr Ich glaube ich muss hier auch ein bisschen Ich glaube wir müssen hier mal kurz Safe Abuse Und schon schaffen wir das nicht Ist ja auch nur For Science Ich glaube nicht Dass ich einen Dämon hier rauskriege Schmogel Schmugelei Auf den Scheiterhaufen mit ihm Ich glaube die Beschwörung dauert viel zu lange Oder Weiß ich jetzt nicht Ja Gothic 1 Dämonenbeschwörungen Brauchen scheiße lang Okay Ich muss die erstmal hier rauslocken Ich muss die hier rauslocken Und dann muss ich hier wieder rein quasi Das wird eine Katastrophe So Wir gießen uns hier mal ein bisschen durch Moment Ich liebe die Gothic 1 KI So großartig What? Warum? Der sollte doch stillstehen Das geht so nicht Das gilt nicht Das ist jetzt unfair Warum? Was? Das ist jetzt Das gilt jetzt nicht Das ist jetzt scheiße Oh Gott Das Spiel Schmogel zurück Ja irgendwie schon gerade Bin ich ehrlich gesagt Kein Fan von Okay Das wird jetzt interessant Blasto Das wird doch jetzt nix Ey Das wird doch nix Okay Andere Taktik Wir beschwören den Dämonen mal hier draußen Okay Dämon ist da Schon mal gut Ja Der hat die sogenannte Höhlenangst Das ist zu Dämonenhismus Der traf Das ist Generation Die Die Sache Die Das 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 Er greift keine Skelette automatisch an. Ja, okay, dann halt nicht. Dann gehen wir halt wieder, dann schwimmen wir zurück. Scheichendrecken. Das ist unterm Nebelturm. Das ist unterm Nebelturm hier. Wir haben noch vier Dämonen-Spruchrollen. Ich hoffe, die reichen für Kapitel 2 insgesamt und 3. Ich hoffe, die reichen. Kriege ich sonst irgendwo vorher noch andere Spruchrollen her? Ich meine, ich könnte mir eine gute Rüstung holen und dann nochmal runtergehen. I guess. Aber so eine richtig gute Rüstung kriege ich halt erst sehr viel später, ne? Und wir brauchen Level 10, damit wir bei den Magiern aufgenommen werden. Mal gucken, wie wir das machen. Jetzt gehen wir erstmal zu den Baumschmusern. Langsam plagt mich aber ein kleines Hüngerchen, ne? Was esse ich denn gleich noch Schönes? Vielleicht ein paar Proteinriegel. Ich hab noch so eine Packung mit 20 Stück. Hey, ich möchte auch was. Hast du dir das auch verdient? Alle auf einmal essen, dann reicht eine Liegestütze, dann ist man direkt der Hulk. Ja, ich weiß nicht. Du hast, du hast ja, du hast ja, du hast ja hier, äh, letztes Versuch noch nicht durch, ne? Weiß ich jetzt nicht. Du hast plant ja denn, den Ausbruch? Die Gurus versuchen Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Was ist denn World of Warcraft Classic HC? Artcore? Artcore? Keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Okay, ist das was Neues? Ist das frisch rausgekommen? Weil das habe ich jetzt öfters bei Streamern gesehen. Einmal tot, immer tot. Das wäre nix für mich. Das wäre ja, als würde man zum Beispiel einen Deathless Running Gothic machen. Das wäre nix für mich, Chat. Halt! Betreten des Tempelberges, nur mit Erlaubnis eines Gurus. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ja, immer wieder neu anfangen. Das wäre ja super ätzend. Ne. Ne. Also das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Hallo, Iberion. Geh schon. Du darfst nicht mit mir reden. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Zum Glück machen wir sowas hier nicht. Du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte... Nun gut. Das ist ein bisschen schaffbarer in Diablo. Ich weiß nicht, ich habe viele gesehen, da ja Diablo 4 auch wieder Serveranbindung hat, dass viele Server-Lags hatten und dann ihr Hardcore-Charakter gestorben ist. Da gibt es so Best-of-Kompilations auf YouTube. Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nüras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Das ist immer gut so ein Spiel mit Serveranbindung, ne? Das ist immer gut. Ich bin immer ein Freund davon. Okay, ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Nehmen wir wieder die Abkürzung, oder? Let's go. Abkürzungsnase. Soll ich das schon in den Shop benutzen oder Anbindung? Wieso ging doch auf der Switch dann auch bei Diablo 3? Oder auf der Playstation? War doch dann so, dass Diablo 3 dann doch plötzlich ohne Serveranbindung lief. Laperoni! Vielen Dank für neun Monate. Dankeschön! Ach Gott, jetzt muss ich ja den Dämon quasi nur beschwören für Nüras. Oder er fällt die Klippe runter. Das können wir natürlich auch machen. Ah, wir holen den Dämon. Dann können wir die Tierwelt hier auch noch auslöschen und ein bisschen Rohstoffe sammeln. Das ist jetzt blöd. Nüras? Hallo, Entschuldigung, Herr Nüras. Ich brauch's noch. Herr Nüras. Warten Sie doch mal. Das hab ich auch noch nie gesehen. Ah! Das ist jetzt ja dumm. Entschuldig's dir, Nüras. Entschuldigung. Nice! Er kriegt von dem Scamager nicht mal Schaden. Ah, das ist doch ne Katastrophe gerade. Das ist doch scheiße. Das ist doch dumm. Ups. Ne, ich mach Steaming nur Hobby mäßig. Ist aber als Gewerbe angemeldet. Der rennt wahrscheinlich ins alte Lager wie alle NPCs. Ach, komm schon. Hat doch gerade alles so gut geklappt. Dankeschön. Äh, was machen wir denn da jetzt? Wir hoffen, dass der Dämon ihn umhaut, oder? Das ist unser Plan. Weg. Verschwinde. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich stirb. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Warum mache ich da oben eigentlich keinen Speicherstand? Ich habe Spaß. Sehr klar. Das ist doch hier alles gerade eine Verarsche. Das ist doch versteckte Kamera. Kann mir doch keiner erzählen hier. Weg mit der Magie. Steck endlich die Magie weg. Dankeschön. Meine Fresse. So. Dann rotten wir mal noch ein bisschen den Wald hier aus. Damit wir noch ein bisschen Erfahrungspunkte und ein bisschen Loot bekommen. Denn Loot tut gut. Looten und leveln. Das muss Trend sein. Für mich in so einem Spiel. Macht der Dämon denn schon wieder? Gott. Was ist mit seiner Wegfindung? Das wird im Schläfertempel und Orgfriedhof. Das wird die Hölle. Das wird eine reine Katastrophe. Ja. Die Features werden bald gepatcht. Es kommt ja ein neuer Patch raus. Für die, die es nicht mitbekommen haben. Weil ja Gothic 1 für die Switch kommt. Classic. Und da wird es auch ein neuer Patch geben. Der auch für PC kommt. Und das wird halt relativ interessant. Ja. Ich werde später Skelette und Golems haben. Da wird das alles nochmal ein bisschen einfacher hoffentlich. Aber es ist schon eine interessante Challenge finde ich. Ich habe nur Fleisch dabei. Ja. Die werden wahrscheinlich wieder sehr viele Mods anpassen müssen. Das wird dann auch super ätzend werden. Das ist eine Schriftrolle. Eikon. Hier haben wir uns bei Xardas geholt. Wo fliegt der? Warum bist du da drüben? Das ist quasi bisher ein Beschwörungsmagie-Only-Run. Wir können uns entscheiden, ob Beier-Magie oder Beschwörungsmagie-Only bisher. Geht beides aktuell. Oh shit, das sind Wagen. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich meine natürlich Ork-Hunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einfach gut spielen jetzt. Nice. Schaut mal. Easy peasy. Oh, da ist noch einer. Eieieiei. Hm. Komm schon. Skill auspacken. Einfach warten, bis die Erfahrungspunkte aufploppen. Nicht stehen bleiben. Komm schon. Dankeschön. Da haben wir der Dämon jetzt aber ein bisschen lahm. Können wir auf jeden Fall für a lot of cash verkaufen. Kriegt bestimmt Geld. Die Blut fliegen da vorne nehmen wir auch noch mit in die Wölfe. Naja, der Dämon macht schon. Jetzt hat er plötzlich Bock, ne? Die ganze Zeit hat er sich so ein bisschen geziert. Aber jetzt hat er, jetzt hat er Böckchen. Level up. Sehr gut. Meint ihr, wie kommen wir den Spruchholen noch aus, die wir haben? Bis zumindest Kapitel 3. Das wird ein bisschen knapp werden. Je nachdem, welche Gegner wir noch killen wollen. Ich mach mir null Sorgen. Wo fliegst denn du jetzt hin? Hinter mir sind noch direkt Blutfliegen. Ja. Ne, lieber der Scavenger, der 10 Kilometer weit weg steht. Ne, lieber den. Das ist okay. In der Mine weiß ich nicht, ob ich da überhaupt brauche. Oder könnte ich mich auch durchmogeln. Ja, aber ich hab alles genau durchdacht. Klar. Klar, Dark. Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Jetzt prügelte er sich da hinten mit irgendwelchen Viechern. Das ist ein bisschen durch den Wind, der Herr Dämon. Ich glaub, Pazifistenrun geht nicht. Weil wir für manche Pazifisten-Strats Schläfermagie brauchen. Das ist nicht erlaubt. In dem Run. Das ist nicht erlaubt. Oh, er hat's da rüber geschafft. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass er bis da rüberkommt. Das ist krass. Okay, aber sonst haben wir hier jetzt alles. Wir haben ein Level ab. Lass uns mal zurück zu Iberion gehen. Und... Quest abgeben. In allemal nach hab ich schon, ja. Aber wir müssen trotzdem noch in die alte Mine. Müssen wir ja so oder so. Pazifisten-Strat? Ne, wir bräuch' ich... Wir haben im Ork-Friedhof, haben wir zum Beispiel spezielle Magie gebraucht, um weiterzukommen. Angst, zauber, freundlich stimmen. Pazifisten-Strat war schon, schon ein Erlebnis. Ein paar Leute haben mir auch schon Sachen über Discord geschrieben, wie wir den zweiten Teil vielleicht doch noch Pazifistisch abschließen können. Das müssen wir irgendwann mal probieren. Die geteilte Spruchrolle darfst du dir nutzen. Teleport-Spruchrollen dürfen wir immer benutzen. Das war schon immer eine Regel in den Challenge-Rots. Weil die nur Zeit kosten. Leckere Läste. Vielen lieben Dank für den Follow. Die Runs kannst du entweder auf Twitch oder irgendwann später auf dem VOD-Kanal nachschauen oder als gekantetes Video auf meinem YouTube-Kanal. Ey, Iberion anzuvisieren ist auch immer so eine Sache. Ich habe den Fokus gefunden. Hi, der Chris. Schalom, Kalom. Wo kann ich diesen Kor-Kalom machen? Wie, die sind auch gute Thumbnails? Gut, dass du fragst. Die haben fantastische Thumbnails. Steg. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Nice. Ein Schmemulett. Es reiht aber auch laut. Der Schläfer sei mit euch. Das ist aber ein gutes Schlichtwort. Aber ich werde jetzt auch gleich schlafen gehen. Aha. Sehr gutes Stichwort. Nicht schlafen. Uh. Ja. Ich bin noch nicht fertig mit Zocken. Weil ich habe Hunger. Ich bin auch noch ein bisschen müde. Äh. Und. Morgen geht's ja weiter. Chat. Morgen geht's ja weiter. Macht euch keine Sorgen. Ich komme wieder. Keine Frage. Ja. Morgen 19.30 Uhr. Dann machen wir den Run auch zu Ende, denke ich. Machen wir den Run zu Ende. Und am Freitag starten wir auch 19.30 Uhr für das Nasenjubiläum. Es wird grandios. Es wird grandios. Und ich werde jetzt noch was essen. Ich habe Hunger. Am Freitag feiern wir fünfjähriges Nasenjubiläum. Das wird super. Kann man noch eine gute, schöne Ausklingenmusik? Ah, die ist gut. Die ist gut. Ist das eine Gitarre da hinten? Ja, klar. Ja. Schau, was aus dir geworden ist. Ja, ich bin, ich bin, äh, wie gesagt, nämlich Grasthos. Jo. Mir ist die Kamera heute ein bisschen schief, oder? Ich spiele sehr oft Gitarre im Stream, ja. Bei jedem Raid, der reinkommt und der mehr als einen Zuschauer hat. Weil sonst radet ihr Pappnasen einfach mit euren eigenen Account. Ich habe richtig schaut. Ja, und manchmal gibt es auch Musikstreams. Ich werde mir jetzt noch was zu essen suchen. Ich weiß noch nicht was. Entweder ich, ich, ich schnappe mir eine Pizza. Oder ich esse was Süßes. Keks oder sowas. Mal gucken. Auf jeden Fall sehen wir uns morgen. Man run fertig. Und ansonsten am Freitag. So fünf Jahre Nase. Das wird super. Macht's gut. Macht's schön. Und bis morgen. Von dann telefons in Deutschland. pupfurt. Bởi Bes잔. iyu-起來.